Guten Tag, ich bin die Noemi und bin 13 Jahre alt. Ich bin Jan Henoch, bin 8 Jahre alt. Guten Tag, ich bin Elias und bin 11 Jahre alt. Guten Tag, ich heiße Joshua und bin 10 Jahre alt. Hallo, ich bin die Andi, ich bin die Mutter von den 10 Kindern und das 11. habe ich bei mir dabei. Guten Morgen, ich bin Ivo, 47. Ich bin der Simon, 18 Jahre alt. Guten Morgen, ich bin der David, ich bin 17 Jahre alt, das ist meine kleine Schwester. Wie heisst du? Rittlich. Das ist die Ruth und wie alt bist du? Drei. Drei Jahre alt. Ich bin die Lose und bin 15 Jahre alt. Ich bin eine Sophia und bin 6. Ich bin die Sulamith und bin 12 Jahre alt. Wir haben uns sehr auf diesen heutigen Morgen gefreut. Wir danken, dass wir hier sein dürfen. Schön auch diese Halle gefüllt zu sehen. Es ist unsere letzte Station, der diesjährigen Sommertournee. Wir waren jetzt im deutschsprachigen Bereich mit heute. Insgesamt hatten wir sieben Veranstaltungen mit der Veranstaltung auch am Abend. Solche Tage und dann waren wir noch in der Ukraine während fast zwei Wochen, hatten dort auch noch sieben Stationen als Familie besucht. Und dies ist so ein bisschen der teils bemütige Abschluss. Es ist etwas Wunderbares, wenn man zusammen die Gegenwart Gottes erleben darf. Wenn man nicht mehr als derselbe nach Hause gehen muss, wie man gekommen ist. Das ist auch etwas sehr Schönes, das wir immer wieder erleben durften während dieser Sommertournee. Und es ist unser Gebet gewesen und unsere Erwartung jetzt für heute, dass sich das heute wiederholt an diesem Ort. Dass wir nicht als dieselben wieder nach Hause gehen, wie wir gekommen sind. Gibt es so etwas? Freuen wir uns darauf? Wenn Gott gegenwärtig ist, ist das möglich. Wenn er nicht gegenwärtig ist, wenn wir nur Religion auf uns tragen, glaube ich, gehen wir heute so nach Hause, wie wir gekommen sind. Ich möchte aber diesen Morgen, bevor wir zum ersten Speisegang dann kommen, möchte ich etwas dokumentieren, etwas einführen, damit dann die Lieder, die Beiträge auch meiner Familie ihren Platz finden in euren Herzen, dass ihr das ein bisschen einordnen könnt, warum wir eigentlich hier sind. Es gibt in der Welt viele Probleme, das brauche ich nicht extra zu erklären. Die Zeitungen, die Medien berichten uns täglich, wie die Entwicklung, wie die Tendenz ist. Es ist ein Wetteifer um die Wiederherstellung des Friedens. Es ist ein, ich würde sagen, fast gegenseitiges, sich die Köpfe einschlagen im Gange, wer wohl der Beste ist in Frieden schaffen. So sind wir Menschen. Die Politik ist eigentlich ein einziger Wettstreit. Ich würde es am besten so vergleichen. Es ist, wie wenn sich fünf darum prügeln, wer von ihnen der Demütigste ist. Jeder sagt, ich mache es besser, lasst mich ran und lasst mich ran. Und jeder bringt wieder eine neue Theorie, wieder eine neue Lehre, wieder irgendeine Idee halt. Was uns bewegt, Theorien, glaube ich, haben wir lange genug erlebt, lange genug gehört. Ich sah gerade gestern, ich weiss, im Flugzeug war es irgendwo eine Zeitung mit einem Bild, wo der Kanzler irgendwo eine neue Reform ansagt. Und dann stehen die Leute erschreckt so im Wohnzimmer drin. Nein, nicht schon wieder eine Reform. Man hat genug von Reformen, man hat genug von neuen Ideen. Wir sind der Meinung, es braucht mehr. Es braucht etwas, das über dem theoretischen Bereich liegt. Wir brauchen eine Berührung mit einer Kraft, die uns wiederherstellt. Wir brauchen etwas, das an uns wirkt, was wir in uns selber nicht haben. Wenn wir die Menschheit versucht, ich denke jetzt, wenn ich es so vom biblischen Zeitmuster her anschaue, die Menschheit versucht, seit 6000 Jahren sich zu verbessern. Und sie ist resigniert dabei. Woher ich das weiss? Vielleicht fragst du dich, warum resigniert? Ich kann dir sagen, die Menschheit ist resigniert von dem ewigen, sinnlosen Versuch, sich auf eine höhere Stufe zu heben. Zugegeben, wir haben Wohlstand erreicht. Aber jeder von uns weiss, was das bedeutet. Es geht uns schlimmer denn je. Wir arbeiten seit Jahren mit psychisch Leidenden zusammen. Wir haben ein bisschen Einblick in fast sämtliche Kirchen, die es gibt. Auch natürlich in allen möglichen und sonstigen Hintergründen. Wir können es mit Sicherheit von der Basis her sagen. Je mehr der Mensch versucht, sich aus dem Sumpf seines Elendes zu retten, desto schlimmer wird es mit ihm. Und die Menschheit ist resigniert davon, Hilfe zu schaffen. Und ich sage dir den für mich wichtigsten Beweis, woran ich erkenne, dass die Menschheit resigniert ist. Auch die Christenheit ist resigniert, wenn man es genau anschaut. Ich sehe es daran, dass wir angefangen haben, uns einzubilden. Es wäre ja schon alles gut. Jahrhundertelang, Jahrtausendelang hatte der Mensch wenigstens noch die Courage, Sünde, Sünde zu nennen. Er war noch im Kampf gegen das Böse. Er war noch dabei, sich auf irgendeine Weise auf einen höheren Stand zu entwickeln. Er ist müde geworden. Er hat es nicht erreicht. Also hat er sich in der ganzen Denkweise umgestellt. Und heute können wir von Sünde schon gar nicht mehr sprechen. Wenn du heute von Sünde redest, sagen alle, schweig, schweig. Es kann nicht von Sünde geredet werden. Das ist nicht in Ordnung. Das ist keine Sünde. Man versucht einfach die Taten gerecht zu sprechen. Dass es in dieser Weise nicht mehr Sünde ist, was man jahrhundertelang Sünde geheissen hat. Aber seht ihr, das ist eben Theorie. Wenn du einem Menschen vergiftetes Wasser zum Trinken gibst, schlechtes Wasser zum Trinken und er wird immer mehr krank davon, er verelendet immer mehr durch dieses Wasser, kannst du doch die Situation nicht retten, indem du das Wasser als gesund und heilig erklärst. Nicht? Das nützt doch nichts. Es hilft doch nichts, wenn wir sagen, Sünde ist nicht mehr Sünde. Solange wir dieses giftige Wasser trinken, werden wir uns kategorisch weiter vergiften. Wir kommen mit einer Behauptung daher, die klingt zuerst einmal sehr hart, aber wir sind nicht gekommen, um harte Behauptungen, um Aussichtslosigkeit zu verbreiten, sondern um dahinter einen Weg, eine Möglichkeit zu zeigen, mit der wir vielleicht noch gar nicht mehr gerechnet haben. Was es braucht, um die Menschheit wieder herzustellen, das ist jetzt die negative Behauptung. Wir behaupten, es braucht nicht weniger als göttliche Kraft. Es braucht nicht weniger als göttliche Weisheit. Es braucht nicht weniger als ein Wunder. Ich würde mal sagen, niemand kann diese Welt, niemand kann diese Menschheit leben oder gesund machen. Niemand kommt hier unten zurecht als derjenige, der diese Welt gemacht hat. Das ist unsere sture, feste Behauptung. Aus eigener Erfahrung, der eigenen Anstrengungen vielleicht, der religiösen Anstrengungen heraus, wissen wir, wir haben nicht die geringste Chance. Mensch, richtig Mensch sein, nach der Weise, dass wir funktionieren, kann nur Gott selber. Das ist jetzt, ich sage mal, die entmutigende Seite. Solange ist sie aber nur entmutigend, wie wir versuchen, dieser Aussage, das ist wieder mal eine These, dieser These dieser Aussage zu widersprechen. Solange die Menschheit denkt, sie kriegt es selber im Griff, lässt Gott es zu, dass sie sagt, gut, dann versucht es doch. Er gibt, so sagt es in Römer 1 und 2, er gibt den Menschen ihren eigenen Weisheitspreis. Er sagt, gut, solange ihr denkt, ihr könnt es selber, dann versucht es doch weiter. Gott hat Zeit, nicht? Und er gibt uns die Gelegenheit, uns anzustrengen, neue politische Wege zu suchen, neue wirtschaftliche Wege, neue religiöse Wege. Er gibt uns philosophische, psychologische Wege, immer Neues lässt er uns erdichten und erdenken und schaut dabei zu und denkt sich, wie lange wohl geht es noch, bis der Mensch endlich gebührend kapituriert. Wann endlich haben wir verstanden, dass Menschsein nur Gott leben kann? Das ist eine behauptliche Zahlung so in den Rahmen stelle, denn die Heilige Schrift sagt, dass der Mensch aus einem einzigen Grund geschaffen wurde. in die Gemeinschaft mit Gott, hinein in Gott selber. Der Mensch wurde geschaffen, dass Gott den Menschen lebt. Es war nie der Gedanke Gottes, dass er einen Menschen macht, der einfach losgelöst von ihm sein Friedensreich hier unten baut. Das können wir am Anfang in der Heiligen Schrift lesen. Gott wandelte mitten im Garten. Da war der Baum des Lebens, das war Christus, der mitten im Garten drin wandelte. Die Absicht Gottes war, dass er durch seinen Geist den Menschen lebe. Dass er in Menschen drin sein Wollen, sein Wirken, seine Gedanken, sein Verlangen, alles in ihn hineinlege. Kannst du dir so etwas vorstellen? Du kannst es dir schon vorstellen, überleg mal, woher hast du Hunger zum Beispiel? Das hat einer in dich hineingelegt. Woher hast du Bedürfnisse? Das hat einer in dich hineingelegt. Die sind nicht einfach so da. Die wurden geschaffen, alle deine Bedürfnisse. Und so hat er auch alles geschaffen, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Aber siehst du, der Mensch ist aus diesem Ursprung herausgetreten. Er hat das verlassen. Er hat sein Paradies verloren. Er hat die Herrlichkeit Gottes verloren, sagt die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift in Römer 3, 23 sagt, alle Menschen, nicht eine Ausnahme, alle Menschen ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Sie haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Und das ist unser Schicksal heute. Solange wir es aus einer Kraft versuchen, solange nicht Gott selber die Menschheit leben kann, sind wir verloren. Darum brauchen wir mehr als Theorien, mehr als neue Systeme, mehr als neue Ideen. Wir brauchen eine neue Begegnung mit dem, der alles geschaffen hat. Und jetzt kommt die gute Seite. Wir sehen, dass es in der ganzen Geschichte, 6.000 Jahre zähle ich von der Heiligen Schrift her, dass es nie einen zweiten Beweis gegeben hat, außer vor 2.000 Jahren in Jerusalem. Es gab keinen zweiten Beweis einer Veränderung in den Menschen, der bewiesen hat, dass der Mensch sich wirklich verwandeln kann, als der Beweis vor 2.000 Jahren, der durch Christus gebracht wurde. Du kannst mir jeden Religionsstifter nennen. Wir kennen uns ziemlich gut aus in dem ganzen Umfeld. Du kannst mir jeden Philosophen nennen, jeden Religionsstifter. Du kannst mir nennen, wen du willst. Und ich beweise dir, diese Menschen haben alle Theorien gebracht, die die Menschheit nicht verwandeln konnte. Wir brauchen Verwandlung. Wir brauchen eine Kraft, die uns verwandelt. Es gibt nur einen einzigen Beweis in der ganzen Menschengeschichte, und das ist Jesus Christus, als er gekommen ist, haben sich Menschen vor den Augen der Menschen wirklich verwandelt und bleibend verwandelt und verwandelt ins Gute hinein, auch wenn man das nachher verlästert und verfolgt hat. Aber seht, ich möchte daran erinnern, das ist so wahr. Wir meinen manchmal, Jesus wäre allein vollkommen hier unten gewandelt und seine Zeichen und seine Wunder hätten die Menschen irgendwie zur Umsinnung gebracht, aber das stimmt gar nicht. Erkenne, sobald er, der Sohn Gottes, zu den Menschen gekommen ist, sobald er gekommen war, haben wir Folgendes erlebt. Bevor er noch Zeichen und Wunder gewirkt hat, als dieser Jesus nur schon die Strasse entlang ging und einem Fischer, irgendeinem Fischer oder den Fischern ein Wort zugerufen hatte, zum Beispiel, folge mir nach, konntest du erleben, wie seine Worte, folge mir nach, etwas in diesen Menschen total verändert hat. Wir lesen am Anfang in den Evangelien, wie diese Menschen auf eine einzige kleine Berührung, auf ein einziges Wort hin, sogleich ihre Netze fallen ließen. Die einen verließen Vater und Schiff und Beruf und waren sofort zur Stelle, ohne dass er ein Wunder getan hatte, so wie wir es klassisch als Wunder empfinden. Jesus kam und sah auf einen Baum hoch, da war dieser Oberzöllner, man könnte sagen, ein Obersünder, denn Zöllner und Sünder waren austauschbare Begriffe zu jener Zeit. Er sieht diesen Zacchaeus, der ihn noch nie geschaut hat, am Baum oben hängen, du weisst es doch von der Kinderstunde her, nicht? Da hängt er oben im Geäst, will Jesus sehen, Jesus hält an, schaut ihn an und sagt, Zacchaeus, komm runter vom Baum, ich muss heute bei dir übernachten. Dann kommt dieser Oberzöllner runter, unverbesserliche Menschen, das weiss jeder, er kommt runter, steht fast in Achtungsstelle vor Jesus, neigt sich und sagt, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens den Armen geben und wenn ich irgendetwas durch falsche Anklage mir erworben habe, will ich es vierfach wieder erstatten. Willst du mir sagen, das sei kein Beweis, dass Jesus Menschen verwandeln kann? Ich sage dir, keine Philosophie, keine Religion, nicht irgendetwas kann Menschen verwandeln als der lebendige Gott selber. Dieser Zacchaeus war von der Stunde an nicht mehr derselbe. Und so lesen wir es überall, sie verließen ihre Netze. Wo Jesus durchkam, waren die Menschen schon anders, nur schon, weil er da war. Er hat sie, so denke ich es persönlich, er hat sie manchmal vielleicht nur angeschaut. Nur einen tiefen Blick in die Augen und die wussten, wo es lang geht. es steht geschrieben in ihm, in Christus war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Kennst du, weißt du, was das bedeutet? Das Leben, er sagt, ich bin das Leben, das Leben, das in Christus war, war das Licht der Menschen. Nicht seine Worte, nicht Theologie, die aus seinem Mund kam, nicht religiöse Formeln, nicht irgendwelche gesetzlichen Vorschriften. Er war das Leben pur, er trug Leben in sich pur. Darum, als dieser Mann erschien, sind die Leute der Kraft des göttlichen Lebens in Person begegnet. Und in dieser Verbindung sage ich dir, das ist die Verbindung, die wir suchen, das ist die Verbindung, die wir brauchen, das ist die Verbindung, die wir heute anstreben. In dieser Berührung mit dem Leben Gottes, mit Gott selber, mit seiner Person, waren die Menschen schon bei der ersten Berührung, in Begriff verwandelt zu werden. Sie, die Samariterin, eine Schlampe, würde man heute vielleicht sagen, oder heute eben nicht mehr, heute wäre sie wieder sakrosankt. Aber eine Frau, die eben Sünderin war damals, Jesus sagt ihr, geh mir zu trinken, sie sagt, warum bietest du ein Jude, mich, eine Samariterin, um Wasser? Das geht doch normalerweise gar nicht. Wir sind so verachtet, in euren Augen. Er sagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten und ich würde dir Wasser geben, lebendiges Wasser. Ein Wasser, wenn du es trinkst, du wirst nie wieder Durst haben, bis, bis du am Ziel bist. Das quillt bis ins ewige Leben, sagt er, das Wasser, das ich dir zu trinken geben würde, das würde bis hinein ins ewige Leben, zu einer Quelle in dir werden. Dann sagt diese Frau, gib mir dieses Wasser. Ich mache es ein bisschen kurz, die Geschichte. Gib mir dieses Wasser. Und dann sagt Jesus zu ihr, gut, aber hol zuerst deinen Mann. Dann wird es einen Moment still. Und sagt sie, ich habe keinen Mann. Dann sieht er sie in die Augen, schaut ihr in die Augen und sagt, oh, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Vier Männer hast du gehabt und den du jetzt hast oder fünf Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Was ist geschehen? Von diesem Moment an ist diese Frau Jesus verfallen. Sie sagt, ich sehe, du sein Prophet bist. Und dann geht die Fragerei los. Sie wird ihn nicht mehr los. Sie lässt ihren Wasserkrug oder ihre Wasserkrüge stehen. Sie rennt ins Dorf runter und ruft überall, kommt her, ich habe einen Menschen gefunden, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kommt her und seht, ob dieser nicht der Christus ist. Ich sage dir eines, diese Frau war von dieser Stunde an mit dieser einzigen Begegnung, mit diesem einzigen Wort, das Jesus zu ihr gesagt hat, ein peinliches Wort sogar, war sie ein ausgetauschter Mensch. Ich sage dir, die Frau war nie wieder dieselbe. Wer immer mit Jesus eine Berührung hatte, nur schon die Berührung selber, bei ihm hat buchstäblich eine neue Zeitrechnung begonnen. Das wir heute 2003 haben, weißt du, dass das nur ein Typus ist? Das ist nur ein Denkmal, ein Denkzeichen. So ist Jesus. Er ist nicht nur eine neue Zeitrechnung für eine ganze neue Welt. Das hat er nur als Denkmal zurückgelassen, dass wir nie wieder vergessen, dass er da war. 2003 nach Christus. Nach Christus. Vor Christus und nach Christus eine neue Zeitrechnung. Aber siehst du, das ist nur ein Typus. Das bedeutet, wenn du auch heute 2003 mit dem, der auch verstanden ist, mit Christus, heute eine Berührung hast, wird bei dir in deinem Leben eine neue Zeitrechnung beginnen. Nicht, weil er theologische Worte, gesetzliche Forderungen an dich gestellt hat. Nicht, weil er irgendetwas anderes getan hat, als dass er dir persönlich in der Kraft seines Lebens eine Berührung geschenkt hat. Kannst du das erfassen? Er sagt, hole deinen Mann. Sie hat doch um Wasser gebeten. Um das lebendige Wasser. Darf ich jetzt fragen, hat er ihr dieses Wasser vorenthalten? Wer ruft es mal? Wann hat er ihr denn dieses Wasser gegeben? Er hat es in dem Moment gegeben, als er sagte, so viele Männer hast du gehabt und der jetzt ist nicht dein Mann. Siehst du es? Er hat ihr die Wahrheit in Liebe gesagt. Er hat sie zurück in die Wirklichkeit geführt. Er hat sie einer Sünde überführt. Und das war das Licht des Lebens, das in ihr Leben angebrochen ist. Sie spürte, dass in dieser Wahrheit, dass in dieser Berührung, in diesen Worten, Leben pur ist. Sie spürte, als diese Worte an sie ergingen, dass ihr ein Stein vom Herzen fiel, weil er sie nicht verdammt hat. Er hat die Sünde aufgedeckt und floss gleichsam mit seinem lebendigen Wasser, mit seinem Wort. Ein lebendiges Wasser floss in sie hinein, dass sie reinwusch. Sie spürte, wie das aus ihr ausgewaschen wird in diesem Moment. Sie spürte, wie sie ein neuer Mensch wird. Sie spürte, wie das Verlangen nach Reinheit, nach Heiligkeit, nach Unversehrtheit in sie eindrang, weil er zu ihr gesprochen hat. Er hat durch das, was er sprach, ihr lebendiges Wasser von seinem Geist mitgeteilt. Siehst du, und das ist das Geheimnis. Wenn Jesus zu uns spricht, ist es egal, was er spricht. Wir möchten manchmal lieber nur noch die guten Worte hören. Wollten die Menschen schon immer. Darum haben sie die Propheten alle getötet und verfolgt. Wir möchten immer nur das Gute hören, aber du sollst heute wissen, wenn er es ist, der zu dir spricht, wenn er es ist, der gegenwärtig ist, in dem, was gewirkt und getan und gesagt wird, dann wird das, ob es dich von einer Sünde überführt, ob es dich tadelt oder lobt, ob es dich hochhebt, mal äusserlich gesehen, oder niederschlägt, es wird dir eine Berührung sein, die du nie wieder vergisst, die dich heilsam treffen wird, die dich verwandeln wird. Du wirst nicht mehr als derselbe nach Hause gehen, denn das Leben ist das Licht der Menschen. Wir sind hier, um von diesem Leben nicht nur mit Worten zu zeugen, wir sind hier, um zu bezeugen, wir wurden von diesem seinem Leben erfasst. Ich möchte das Zeugnis bei mir persönlich ansetzen, meine Familie tut es dann auf ihre Weise. Ich wurde vor jetzt über 26 Jahren in Zürich nicht von Theologie, sondern von dem, über den die Theologie lehrt, getroffen. Ich war ein einfacher Automechaniker, ich war damals 21 Jahre jung, ich habe nichts anderes im Sinn gehabt, als mein Leben zu geniessen, ich konnte mit Christentum überhaupt nichts anfangen, du kannst mein Buch hier, Herr der Wandlungen, mitnehmen am Schluss, da steht das etwas dann ausführlicher, ich mache es hier ganz kurz. Ich war ein absoluter Verächter jeder Religiosität, ich hatte nur eines im Sinn, ich wollte mein Leben geniessen, ich wollte für mich schauen, in jeder Form, wenn irgend möglich, überall, aus allem Kapitalgewinn, irgendwelche Vorteile ziehen. Das war mein Lebensstil, schon damals mit 21. Religiöse Worte, wir waren überschwemmt davon. Meine Verwandtschaft, meine eigene Mutter, war überschwemmt, ihre ganze Jugendzeit, von Religion, von religiösen Worten, sie hatte gläubige Eltern, die aber nicht lebten, was sie sagten, sondern religiös beteten, Bibel lesen und streiten und so sind sie aufgewachsen, sie haben sich von jeder Religion total losgesackt und uns dementsprechend erzogen. Dann kommt ein Mensch in mein Leben, der zeugt von Jesus, dem Auferstandenen. Was er gesagt hat, ich konnte nur immer dagegen streiten, drei Monate lang. Ich wehrte mich gegen jede Aussage, die irgend von einem Gott spricht, der da leben soll. Aber etwas hat mich berührt, an diesem Menschen und ich wurde es nicht mehr los. Ich habe innerliche Prozesse durchgelitten. Aber all diese konnten mich nicht richtig erwecken. Und siehe, eines Nachts, im ganz normalen Schlaf, erlebe ich plötzlich, wie ein normaler Traum sich zu wandeln beginnt, wie ich plötzlich in eine Dimension hineingenommen werde, die nichts mehr mit normalen menschlichen Träumen zu tun hat. Noch nie erlebt so etwas. Ich stehe plötzlich neben einem Mann, den ich nicht kenne und doch durch und durch irgendwie kenne. Ich weiss nicht, wer das ist, was das ist. Er lässt mich neben sich her, führt mich neben sich her, führt mich durch himmlische Herrlichkeiten. Er offenbart mir die Herrlichkeit Gottes. Ich habe eine Berührung mit himmlischen Örten. Ich stehe da mittendrin und weiss gar nicht, was ich hier tue. Und als das vorbei ist, erwache ich mit einem unbändigen Herzensschrei. In meinem Herzen schreit es, ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Ich bin dem lebendigen Gott begegnet. Ich sage nicht, ich habe Gott gesehen. Kein Mensch kann Gott sehen und dabei leben bleiben. Ich habe sein Wesen, seine Gegenwart durch und durch erlebt. Er hat mich berührt. Ich sage dir, von dieser Stunde an war mein Leben nicht mehr dasselbe. Eine neue Zeitrechnung begann. Was keine Theologie, keine christliche Entwerbung, nichts zustande gebracht hat, eine einzige Berührung mit dem Leben Gottes selbst, mit der Herrlichkeit Gottes selbst, hat bewirkt, dass ich bis heute, ich sage dir, 26 Jahre später, diese Berührung nicht mehr, nie mehr losgeworden bin und nie, um keinen Preis mehr wieder loswerden wollte. Weißt du, was geschehen ist? Von dieser Stunde an hatte ich nur noch ein Verlangen. Da muss ich hin. Den muss ich behalten. Die Herrlichkeit, die mich jetzt berührt hat, die muss ich allen Menschen weitersagen. Das muss ich hinaustragen. Da möchte ich drin bleiben. Weißt du, wie bei Zacchaeus, eine einzige Berührung, das war keine Predigt, das war keine Theologie, das war kein Wissen über Gott. Ich habe nicht in der Bibel oder irgend sowas in diesem Zeitpunkt gelesen. Es war eine Berührung mit dem, von der die Bibel zeugt. Kennst du diese Berührung? Der Herr sagt, er forscht in den Schriften, in den heiligen Schriften. Er forscht die ganze Bibel, sagt er, weil du meinst, du hast in ihr das ewige Leben. Da kommen die Christen daher mit Johannes 3,16, ganz verkrampft, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen geborenen Sohn gab, dass alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben und klammern sich an Johannes 3,16. Und der Herr spricht, du forscht in den Schriften, weil du meinst, in ihnen das ewige Leben haben. Doch, hier steht es, Herr. Du bist verpflichtet, mich zu retten. Aber zu mir wollt ihr nicht kommen, sagt der Herr. Zu mir wollt ihr nicht kommen. Ihr meidet jede Berührung, weil ihr Angst habt, ich könnte euch etwas sagen, was euch nicht passt. Ich könnte euch fehlleiten. Zu mir wollt ihr nicht kommen. Siehst du, ich wurde nicht von Theologie erfasst, sondern von dem, über die die Theologie schreibt, von der die Theologie zeugt. Und von der Stunde an erfüllte sich alles in mir, was in der Bibel geschrieben steht. Von der Stunde an konnte ich nicht mehr selbstsüchtig sein. Ich hatte nur noch ein Begehren, so wie Zacchaeus. Ich möchte alles weggeben, was ich habe. Ich möchte frei sein, weil ich gespürt habe, Habsucht lässt dieses Leben von mir weichen wie eine Taube, die da vorn fliegt, wenn du sie verscheuchst. Ich ging in mein Geschäft schon am ersten Morgen, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Ich war Automechaniker. Ich wollte zur Arbeit. Ich wollte darin bleiben, in diesem Leben. Ich sagte, Herr, weiche nie wieder von mir. Dann kamen die üblen Gedanken hoch. Die gewohnheitsmäßigen Abläufe, lüsterne Gedanken, unreine Gedanken, böse Gedanken, irgendwelche üblen Dinge halt, Habsüchteleien, die kamen so von selbst hoch, wie Holz, das im Wasser schwingt. So ist halt der alte Mensch. Ich stehe in meinem Geschäft keine zwei Stunden später und merke, die Herrlichkeit will mir von allen Seiten entweichen, wie ein löcheliger Beutel, dem alles wieder entrinnt. Ich schreie innerlich und sage, was muss ich tun? Wohin geht die Herrlichkeit? Wie kann ich die festhalten? Und ich spüre, ich kann sie nur festhalten, wenn ich aufhöre, diese Dinge zu tun, die diese Herrlichkeit vertreiben. Kannst du das nachvollziehen? Die Menschen bemühen sich, religiöse Werke zu tun. Sie lesen in der Bibel, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Bemühen sich, religiöse Werke zu tun und irgendwie Gottes Leben zu berühren, irgendwie Gottes Leben zu finden. Und ich habe es anders herum kennengelernt. Ich bemühe mich, keine religiösen Werke mehr zu tun, damit ich das Leben Gottes nicht mehr verliere. Kennst du den Unterschied? Was du brauchst, ist eine Berührung mit dem Leben Gottes selber als Grundlage. Paulus sagt, ich will, dass dein Glaube auf Kraft Gottes und nicht auf Worte allein aufgebaut wird. Jesus sagt, ich möchte dir meinen Frieden geben, den Überfließen, den die Welt nicht hat, damit du eine Instanz in deinem Leben hast. So sagt es dann Paulus, die Schiedsrichter ist in deinem Leben. Du brauchst das Leben Gottes als Grundvoraussetzung, die Kraft Gottes, damit du merkst, was dieses Leben rivalisiert. Und dann wirst du merken, du wirst nicht mehr huren. Das war das Erste, ich habe nicht mehr geflucht. Ich habe mich losgerissen davor, weil ich spürte, Fluch vertreibt Gott. Ich hörte auf zu huren, weil ich spürte, jede Form nur schon der unreinen Gedanken vertreibt die Herrlichkeit Gottes wieder. Ich habe aufgehört, nach Geld zu jagen. Ich habe all mein Geld verschenkt, weil ich merkte, dann habe ich am meisten die Gegenwart Gottes für mich. Das war etwas vom Ersten, das geschah in meinem Leben. Ich habe mein Leben ausgeräumt, ohne dass mir einer eine Bußpredigt gehalten hat, weil das Leben Gottes kostbarer ist, als was du irgend hier unten für dich haben könntest. Oh, wir Christen zäumen das Pferd überall beim Schwanz auf heute. Wir versuchen immer von der anderen Seite her, wir versuchen einander Gesetze aufzulegen. Du sollst, ein Christ soll nicht. Und so, was ein Christ nicht alles soll, nicht soll. Dabei wissen sie gar nicht, warum das Ganze. Ich weiß warum. Nachdem ich einfach Zeugnis gegeben habe und dieses Leben einfach ergriffen habe, wie Paulus sagt, ergreife dieses ewige Leben. Als ich es einfach ergriffen habe, nicht mehr losliess, merkte ich von allein, was dieses Leben rivalisiert. Und sieh an, herrnach las ich in der Bibel, dass genau das als Sünde bezeichnet wird, was mir immer überall das Leben Gottes wieder rauben wollte. Plötzlich merkte ich, das ist identisch. Aha, jetzt habe ich verstanden, so ist ja die Bibel entstanden. Menschen hatten Berührung mit Gott selber. Sie hatten Berührung mit den Gesetzmäßigkeiten, mit den Kräften der himmlischen Welten, mit Gott selber eben. Und in diesem Umgang mit Gott lernten sie zu unterscheiden, was in der Gegenwart Gottes tauglich ist und was nicht, was uns mit ihm näher verbindet und was uns widerscheidet von ihm. Und dann schrieben sie auf, das ist Sünde. Sie haben den Menschen erklärt, das ist Sünde, wenn du dieses oder das tust. So sind die evangelischen und die Briefe entstanden, die Pastoralbriefe und so weiter im Neuen Testament. Aber siehst du, wir verstehen heute auch die Bibel nicht mehr. Wir nehmen die Bibel als neutestamentliches Gesetzbuch und lesen darin, wie sich jetzt ein neutestamentlicher Christ zu verhalten hat und dann üben wir das gewissermaßen ein. Wir kommen daher und versuchen uns zu verbessern, einfach im Namen Jesu jetzt und merken gar nicht, dass es nicht deshalb gegeben wurde. Es wurde gegeben, damit die Christen wissen, was das Leben hindert. Aber es ist bei der uralten Botschaft geblieben. Jesus sagt, ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Äonisches Leben. Hast du dieses Leben? Wir sind hierher gekommen, um zu sagen, uns hat dieses Leben berührt. Wir sind diesem Leben verfallen. Dieses Leben ist ein Motor in uns, der dreht und dreht und wenn wir in Sünde fallen, kommt so ein Heilweg nach diesem Leben in uns hoch. dieser Motor treibt uns aus der Sünde hinaus. Wir können nicht mehr sündigen und leben dabei. Es verzehrt uns. Die Sehnsucht wird so groß, dass es zu einem Feuer wird. Wir müssen davon ablassen. Es ist ein heiliger Zwang auf uns. Kennst du dieses Leben? Kennst du diese Kraft? Ist dein Glaube auf Worten gegründet oder auf der Kraft Gottes, auf dem Frieden Gottes, auf der Freude Gottes, auf der Gegenwart Gottes? Wir sind hier zu sagen, uns hat dieses Leben ergriffen, als ganze Familie. Das ist ein Geheimnis für die Welt. Aber unsere Kinder, bis zu den Kleinsten runter, kennen dieses Geheimnis, weil sie es berührt haben, weil wir miteinander darin leben. Unser Leben ist in der Gegenwart dieses Lebensstromes, diese Kraft, zu einem beständigen Strom geworden, zu einem Strom des Friedens. Hast du auch einen Strom des Friedens zu Hause? Ich rede jetzt nicht von Konferenzen. Ich rede nicht von sonnigen Höhen der Konferenzen. Ich rede nicht von Missionsberg, ich rede vom Familienberg hier. Hast du bei dir zu Hause einen permanenten Strom des Friedens? Hast du in deinem Leben einen permanenten Strom des Friedens, der im Gegenteil immer mehr zunimmt, nicht abnimmt, sondern immer mehr zunimmt? Wir sind hier, um zu sagen, dieser Strom existiert, der existiert hier, der funktioniert in unserem Leben und der soll in deinem Leben funktionieren. Aber ich möchte dir heute mit diesem Tag etwas nahe bringen. Du sagst vielleicht, weil du das Wort Gottes in der Hand hältst, sagst, es steht geschrieben, 1. Johannes so und so, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und du sagst bei dir selber, weil ich an Jesus glaube, habe ich ewiges Leben. Und du meinst damit, ich komme dann mal in den Himmel. Und wir sind hier, um zu sagen, dieses Wort ist schon in Ordnung, wenn du glaubst, dass du mal in den Himmel kommst. Aber dieses Wort, das du dort gelesen hast, an dem du dich immer festklammerst, sagt eigentlich etwas ganz anderes. Dieses Wort ist ein Erkennungsmerkmal von Christen unter Christen. Dieses Wort sagt uns, wenn einer behauptet, er hat den Sohn, er hat Jesus, dann hat er Leben Gottes in sich. Dieses Wort sagt, du erkennst einen wirklichen Christen daran, dass das Leben Gottes ihn impulsiert, dass er einen Strom hat. Wie Jesus sagt, wenn du wirklich so glaubst, wie die Schrift sagt, dann wird aus deinem Leib ein Strom des Lebens ausgehen. Wer den Sohn hat, der hat tatsächlich Leben in sich. Glaubst du, wie die Schrift sagt, aus dem werden Ströme, die werden gefallert. Richtig, danke für die Korrektur. Wenn du glaubst, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe, Leibesmitte, werden Ströme lebendigen Wassersfließen. Aus der Leibesmitte steht dort geschrieben, nicht aus dem Mund. Wenn du heute Worte hörst, sind es nicht die Worte, die etwas an dir verändern, sondern was aus der Leibesmitte, was durch den Geist, durch die Kraft des Geistes abgedeckt wird. Nun möchte ich meine Rede langsam beenden und möchte das zusammenfassen mit einem Ausspruch, Jesu aus dem hohen priesterlichen Gebet, um diese Aussichten, die er uns gebracht hat, in seiner Person, noch einmal zu vergegenwärtigen. In seinem hohen priesterlichen Gebet nachzulesen, Johannes 17, im Johannes-Evangelium, betet Jesus dort in Vers 22, ich nehme es genau, wir haben heute die Schriftgelehrte unter uns, dann wollen wir das nicht ungenau lesen. Er betet dort, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Und jetzt höre, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ich fasse dieses Wort noch einmal zusammen. Jesus behauptet hier in seinem hohen priesterlichen Gebet, die Herrlichkeit, Vater, die ich von dir habe, habe ich ihnen gegeben. Was ist das für eine Herrlichkeit? Er sagt, du in mir, ich in dir, er sagt, ich in ihnen und du in mir und sie in uns. Kannst du das erfassen? Ich sage dir, das ist die Antwort, die Gott auf diese Not hat, in dieser Welt. Für die ganze Welt, Situation, es ist die Antwort, die Praxis, die uns rettet. Es ist die einzige Praxis, die Kraft hat, die genügt. Es bedeutet, dass nicht du, nicht du für Gott ein religiöses, christliches Leben lebst, dass nicht du versuchst, aus deinem Erkennen heraus, wie du meinst, Gott zu verstehen, Gott zu gefallen suchst. Es bedeutet, dass er in dir ist, dass Christus selber lebendig als Person in dir wohnt. Und auch hier darf ich wieder eine Korrektur anmelden. Wir Christen, wenn wir heute sagen, die meisten, wenn sie sagen, ich habe Jesus in meinem Herzen, dann haben sie diesen Schriftstellen entnommen. Galater 2,20 zum Beispiel, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Dann sagen sie, ach, ich habe Christus im Herzen, in meinem Herzen wohnt Christus und sie meinen damit nichts anderes, als wenn man vielleicht sagt, ich habe ein Herz für Jesus. Oder wenn ich sage, ich habe den Onkel Hans in meinem Herzen. Ich habe die Tante Berta in meinem Herzen. Aber die Heilige Schrift sagt, ich habe ihnen, Jesus sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du, Vater, mir gegeben hast. Ich in ihnen als Person. Nicht Theologie in ihnen, nicht Wissen über Gott in ihnen, sondern Gott als Person in ihnen. Der Sohn Jesus in ihnen. Und siehst du, dieses Geheimnis war schon wirksam, während Jesus in seinem Leibe war. Denn er sagt seinen Jüngern, noch bevor er auch verstanden war, er sagt seinen Jüngern, bleibet in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Er sagt, bleibet in mir. Wenn ihr in mir bleibet, werdet ihr viel Frucht tragen. Kannst du nicht erfassen. Bleibet in mir. Da ist er und da sind sie. Wie können sie in ihm bleiben? Wie ist er denn in ihnen drin? Er sagt, wenn der Geist gekommen ist, Johannes 14, Vers 20, sagt er, wenn der Geist zu euch gekommen ist, wird er euch die Augen dafür öffnen, dass ihr in mir seid und ich in euch. Sie haben es nicht begriffen, dass es schon zu seiner Erdenzeit so war. Aber das ist die Erklärung, wie ich es eingangs sagte. Wenn Jesus ein Wort sprach, wirkte sein Geist bereits in den Menschen das Wollen und das Vollbringen dessen, was er gesagt oder gefordert hat. Wenn er einem Krüppel sagte, strecke deine Hand aus, konnte er nicht erwidern, Herr, das konnte ich noch nie. Mit seinem Wort, strecke deine Hand aus, war gleichzeitig der Geist wirksam, der ihn befähigte, die Hand auszustrecken und gleichzeitig die Hand heilte. Kannst du das erfassen? Er war schon in ihnen, schon als er da war. Sein Wort, seine Gegenwart drange die Menschen ein. Durch seinen Geist begann er schon vorweg, die Menschen zu leben, sie zu befähigen, Dinge zu tun, die sie nie aus eigener Kraft tun konnten. Und dann spricht er, wenn der Geist gekommen ist, wird er euch unterweisen, ihr werdet erkennen, dass ihr in mir seid. Er wird euch das offenbaren, dass ihr in mir seid und ich in euch. Und sieh mal einer an, wie das funktioniert hat. Da ist Pfingsten. Da hast du diese rauen Fischer. Ich sag mal, diese unverbesserlichen irgendwo, solange der Geist nicht ganz da war. Immer wieder wurden sie rückfällig. Aber mit Pfingsten, schau dir einen Petrus an. Schau dir diesen Petrus an, diesen Fischer, wie er schon hundertmal in diesen Tempel ging, an dieser schönen Pforte vorbei. Immer wieder hat er diesen selben Mann dort sitzen oder liegen gesehen. Er bettelt wieder einmal mehr. Einmal mehr möchte er irgendeinen Lebtor, was weiß ich, was von ihm empfangen, wenn es nur irgendetwas ist. An diesem Tag, nachdem der Geist Jesu gekommen ist, nachdem Christus, wie er es gesagt hat, in den Menschen Wohnung genommen hat, um sie zu leben. In diesem Moment, als das geschehen ist, nach dieser Stunde, hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Petrus steht vor diesem Kranken, vor diesem Krüppel und er spürt etwas in sich wirken, das er noch nie so erlebt hat, wie vorher. Mit einem Mal realisiert er, dass er den Menschen nicht mehr mit den Augen gesehen hat, wie er ihn bisher gesehen hat. Bisher sah er ihn mit den Augen des Petrus, eines Fischers, mit den Augen eines Hilflosen, eines Hoffnungslosen, eines Ohnmächtigen, eines Unfähigen, helfen zu können. Und so nimmt er verzweifelt, hat seine Münze aus der Tasche und gibt sie ihm. Aber an diesem Tag merkt er in ihm drin, plötzlich, wie er mit den Augen Jesus sieht. Er merkt, wie das Erbarmen Jesu in ihm wirksam ist, wie der Geist Gottes aus ihm herausspricht, wie nicht mehr seine Worte sind, die sprechen, sondern der Auferstandene, der in ihm sagt, schau mich an. Die, die das nur nach aussen sahen, sagten, schau mich an, der macht sich zum Mittelpunkt. Wir müssen Jesus anschauen. Aber es war nicht Petrus, der sagt, schau mich an. Es ist der Redende in ihm, der Herr selber, der sagt, schau mich an. Und er schaut den Petrus in die Augen und er sieht, was er sehen muss. Das Leben kommt aus diesen Augen. Und er sagt, ich habe weder Silber noch Gold, habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu, stell dich auf deine Füsse. Und dann hüpft und springt dieser Mann wie ein Hirsch. Hey, machen wir das auch mal? Zeit, ich freue mich halt, wenn ich sowas erzähle. Er freut sich, er hüpft wie ein Hirsch, weil die Kraft Gottes, das Leben Gottes ihn getroffen hat. Er hat nicht Worte über Gott, er hat das Wort Gottes berührt. Das Wort Gottes hat ihn berührt. Und so geht dieser Fischer weiter und erkennt mit einem Mal, Christus ist nicht nur auf Erstanden und in den Himmel gefahren, er ist leibhaftig heruntergekommen durch seinen Geist und hat Leibesgestalt genommen, sagt der Fischer. In mir, ich kann es nicht fassen, in mir wohnt er. Paulus kommt daher und sagt, ich habe ein Geheimnis geoffenbart bekommen. Die ganze Religiosität, die ich hatte, meine ganzen Anstrengungen, habe ich einen Abfalleimer geworfen dafür. Ich möchte nur noch eines, ich habe erkannt, dass der Sohn Gottes selber in mir wohnt. Philippe 3, 5 fortfolgende. Er sagt, ich möchte jetzt alles verdreckt achten, was irgendwie dieser Erkenntnis rivalisieren im Wege steht. Ich möchte nur noch eines, mehr und mehr von Christus gewinnen. Theologen sagen heute, du hast ja Christus empfangen, wenn du mal die Hand oben hattest. Paulus, der ihn kannte wie kein Zweiter, sagt, ich möchte mehr und mehr von Christus gewinnen. Aber wie? Er sagt, indem ich alles einbüsse, was irgendeinem Leben Gottes in mir widerspricht. Was irgendeinem Leben rivalisiert, ich möchte es ausmisten wie Dreck. Ich möchte es nicht mehr der Rede wert achten. Und jetzt komme ich zu meinem Lied. Weil das singe ich dort. Ich bin sehr angetan von diesem Erlebnis von Paulus, weil es mir genauso wiederfuhr vom Wesen her, nicht von der Art her. Aber Paulus war so ein richtiger Pharisäer, einer, der so richtig das Gute tun konnte. Und er hat es geschafft, nach seinen eigenen Aussagen, das Gesetz Gottes einzuhalten, unsträflich zu sein. Und er sagt, ich habe erkannt, das nützt mir alles nichts, nützt mir ein Dreck, wenn ich vollkommen wäre aus mir selber. Ich muss Christus gewinnen. Es geht weiter als über Vollkommenheit, menschliche Vollkommenheit hinaus. Gott möchte uns leben. Er möchte das Wort erfüllen, das er durch Jesus sagte. Er sagte, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das waren doch seine Ziele, nicht? Wie kannst du das außer er in dir Christus kann Christ sein? Und so singe ich es in meinem Lied, wenn ich tausend Augen hätte, tausend Ohren, tausend Herzen, tausend Füße, es nützt alles nichts. Ich brauche nicht, mich selber aufzufrisieren, aufzusteilen, in meinem geistlichen, religiösen Leben, um irgendwie Gott zu gefallen oder Gott zu entsprechen. Das nützt mir alles nichts, denn er sagt, ich in dir und du in mir. Ich will zu dir werden, du sollst zu mir werden, die Vereinigung in Gott, in ihn hineingeschaffen, sagt Kolosser 1,16. Hinein in ihn geschaffen, das ist das Ziel aller Dinge. Ich möchte nun dieses Lied singen und nachher werden wir essen. Versuche diese Texte glaubend aufzunehmen, denn das Geheimnis ist für alle hier zu nehmen. Es ist ganz nah, es ist nicht für Spezialisten, es ist für Kinder, für uns alle hier. Hätt' ich auch tausend zungen, könnt tausendfach verstehen, mein Leib willst du als Opfer, nur Taten willst du sehen. Doch hätt' ich tausend Arme zu dienen deinem Sohn, dir steht doch Gott zu Diensten, Milliarden vor dem Thron. Hab Dank, Gott ist in mir bereit, in Christus die vollkommen, durch ihn gabst du mir deine Hände, Christus in mir ist die Wende. Du sagst mir zu mit einem Eid, ich bin du, du bist ich, in meinem Leib, deine Augen, Ohren, Herz und Sinn. Du in mir machst, dass ich in dir bin. Du in mir machst, dass ich in dir bin. Du bist allgegenwärtig, und dein ist auch das All. da wären selbst tausend Füße, mir nur wie Rauch und Schall. Gäbst du mir tausend Augen, zu sehen mit Engelsblick, nie fasst ich deine Schöpfung, in allem ist dein Geschick. Hab Dank, Gott ist in mir bereit, in Christus die Vollkommenheit. durch ihn gabst du mir deine Hände, Christus in mir ist die Wende. Du sagst mir zu mit einem Eid, ich bin du, du bist ich, in meinem Leib, deine Augen, Ohren, Herz und Sinn. Du in mir machst, dass ich in dir bin. Selbst tausendfache Ohren wär'n mir da kein Gewinn, Dein Wille ist doch immer in einer Stimme nur drin. Nicht mal mit tausend Herzen erschaut dich dein Gesicht, dich kann man nur gewahren im Offenbarungslicht. Hab Dank, Gott ist in mir bereit, in Christus die Vollkommenheit, durch ihn gabst du mir deine Hände, Christus in mir ist die Wende. Du sagst mir zu mit einem Eid, ich bin du, du bist ich, in meinem Leib, in meinem Leib, deine Augen, Ohren, Herz und Sinn, du in mir machst, dass ich in dir bin. Du in mir machst, dass ich in dir bin. Ich gebe das Mikrofon jetzt direkt weiter an meine Frau und sie wird es dann weitergeben an unsere Kinder. Wir haben insgesamt zwölf Lieder mitgebracht, die wir euch gerne singen möchten. Ich möchte gleich vorweg sagen zu den Liedern, die haben wir selber arrangiert, zu Hause in unserem Tonstudio und wir haben jedes Lied so konstruiert und strukturiert, dass es zum Charakter der einzelnen Sänger und Sängerinnen passt. Ich möchte nun das Mikro an meine Frau weitergeben, es liegt jetzt besonders uns am Herzen, dass dieses Leben, von dem wir gezeugt haben, dass wir das in der Praxis, im praktischen Alltag wiederfinden, denn das ist keine Mystik, die wir hier lehren, das ist nicht irgendetwas, das wir suggerieren, das ist etwas ganz Praktisches, hautnahes, das in den grauen Alltag hineingehört und erwartet ist, dass durch meine Frau und die Kinder jetzt auch diese Praxis im Alltag sichtbar werden darf. Danke. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir mal zuerst ein Lied als ganze Familie singen würden. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass die Kinder alle selber die Lieder geschrieben haben. Also die kleineren, die kleineren drei haben den Text selber geschrieben und alle anderen, also Melodie und Text und Ivo hat es dann eben dann arrangiert und wir möchten vielleicht als erstes gerade mal von der Kleinsten, von Anna-Sophia, der zweitkleinsten, das Liedchen hören. Kommst du mal her? Wie heißt dein Lied? Kindergartenlehrerin. Die Kindergartenlehrerin. Ja, was singst du denn von ihr? Dass ich am Morgen zu einer Kindergartenlehrerin gegangen bin und habe sie gefragt, ob sie die Stille Zeit kennt. Da hat sie gesagt, was ist das? Ja, Ivo hat ja vorhin davon erzählt, eben dass diese Beziehung zu Gott, dieses Leben, dass es ja für Kinder ist, dass die Kinder das verstehen und dass man das möchte am liebsten allen weitergeben, die das noch nicht kennen und so ist es auch schon der Anna-Sophia gegangen, dass sie sich immer überlegt hat, ja, macht denn meine Kindergartenlehrerin auch die Stille Zeit? Pflegt sie dann auch diese Beziehung zu ihm? Und als sie dann gefragt hat und sie hat gesagt, ja, was ist denn das? Da wurde sie ganz traurig und machst denn du auch schon stille Zeit? Wie geht denn das? Also, dass man erst Jesus Hallo sagt. Also, dass man als erstes vom Tag dem Herrn Jesus Hallo sagt, dass man nicht einfach losrennt in den Alltag, sondern mal zuerst eben die Beziehung zu ihm sucht und das macht sie auch schon. Sie betet sie und versucht in den Kinderbibelbüchlein etwas mitzunehmen in den Alltag, weil sie auch schon die Erfahrung gemacht hat, dass sie ohne ihn nicht einfach das Gute tun kann. Und nun möchte ich gerne mal das Liedlein übersetzen, weil das ist in Schweizerdeutsch, dass ihr das dann auch alle versteht. An einem Morgen bin ich zu der Kindergartenlehrerin gegangen und habe sie gefragt, ob sie die Stille Zeit kennt. Da hat sie gesagt, was ist das? Ich bin traurig heimwärts gelaufen, weil sie die Stille Zeit nicht kennt. Ich möchte, dass alle Leute die Stille Zeit und den Herrn Jesus kennen, auch meine Kindergartenlehrerin, auch der Schulbusfahrer soll den Herrn Jesus kennen, auch die Kinder vom Kindergarten sollen den Herrn Jesus kennenlernen. Ich möchte selber den Herrn Jesus noch viel besser kennenlernen. An einem anderen Morgen hat meine Freundin mir ein ganz fürchterliches Wort gesagt. Ich habe mich geschämt, weil man so ein Wort nicht sagt. Und im Schulbus schubsen sie einander und reißen sich an den Haaren, da habe ich mir gedacht, so muss man streiten, wenn man die stille Zeit nicht kennt. Gut, dann singen wir das. Das kann auch sein. Ich bin traurig sein, wenn man gelaufen ist, wenn man stille Zeit bekannt ist. Ich weiß, dass alle Leute stille sind und der Jesus kennenlernen, auch die Kindergärerin, auch die Schule und sparen, der Jesus kennenlernen. Auch Kinder vom Kindergarten sollen der Jesus kennenlernen. Ich will selber, Jesus, viel besser kennenlernen Ich will selber, Jesus, viel besser kennenlernen Am Morgen, Herr Freundin, mir ganze Bücherli vorgesehen Ich habe mich gefremd, weil mir so ein Wort nicht sagt Und in der Schule, wenn sie schufe und sich an den Haaren rufen Aber so muss man streiten, wenn man eine schlechte Zeit nicht kennt Aber so muss man streiten, wenn man eine schlechte Zeit nicht kennt Ich möchte, dass sie Leute, stillen Zeit Und wer Jesus kennet, alle Kind rumorinden Auch die Schäufe von der Seule, der Jezus kennen. Auch die Kinder, auch die Kindergartenzülle, der Jezus kennenlernen. Ich will selber, der Jezus, viel besser 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 kennenlernen. Wir haben jetzt schon einiges Wunderbares gehört von diesem Leben und von dieser Herrlichkeit. Und ich muss immer wieder sagen, für mich, ich könnte stundenlang zuhören, ich glaube, es gibt für mich kein schöneres Lied unter diesem Himmel als dieses Lied, was Io vorhin gesungen hat. Einfach diese Wirklichkeit, dass er in uns leben will und Gestalt gewinnen will. Dass er in uns diese Vollkommenheit ist. Und das fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Und ich habe auch viel über diese Dinge schon nachgedacht. Und ich merke auch einfach immer wieder, dass diese Herrlichkeit, wie es auch Ivo bezeugt hat, die in ihm drin ist, dass, ja, sie ist eigentlich sehr nah, sie ist uns geschenkt, wir dürfen es nehmen. Aber wir begreifen oft gar nicht, wie schnell wir diese Herrlichkeit immer wieder zerstören. Und wie Ivo das auch erklärt hat, als er diese Berührung hatte. Und nachher, kaum war er wieder in seinem Alltag, kaum war er im Geschäft wieder, in der Werkstatt, die gewohnte Umgebung, die Gewohnheiten, alles stieg hoch in ihm, was diese Herrlichkeit wieder vertrieb. Und so ist er draufgekommen, ah, das ist ja Sünde, dass uns diese Beziehung raubt, diese Berührung raubt. Und ich habe einfach immer wieder festgestellt, dass wir Menschen da irgendwo einen Knopf haben. Ich habe es vor allem auch an mir gesehen, dass wir immer wieder viel zu weit suchen, dass wir nicht merken, dass wir diese Herrlichkeit in den allerkleinsten Dingen immer wieder verlieren. Also vielleicht habt ihr das schon gemerkt, dort im Prospekt, da ist ja unsere Zede abgebildet, das Familienbild und unsere neue Zede, die hat ja den Titel Beziehung zu Gott gleich Beziehung untereinander. Also das bedeutet, eben wenn wir diese Beziehung zu Gott haben, dass es auch eben untereinander auch horizontal stimmt. Das ist automatisch der Ausfluss davon. Und ich habe auch meine Erfahrungen gemacht, habe gemerkt, dass wir immer wieder viel zu weit suchen. Vielleicht kennt ihr diese Bibelstelle in Jakobus, da sagt doch der Jakobus zu einem, der sagt, ja, ich liebe Gott und ich will ihm dienen. Und dann sagt er, ja, wie kannst du sagen, ich liebe Gott und hasse deinen Bruder. Das geht nicht, du narr, du kannst doch nicht sagen, du liebst Gott, den du nicht siehst und den Bruder, den du vor Augen hast, den hasst du. Da stimmt irgendwas nicht. Und da merke ich genau, das ist unser Wesen. Wir bringen es nicht in die Praxis. Wir merken nicht, dass das, was wir unmittelbar in unserer nächsten Beziehung miteinander zu tun haben, und dass das einen Einfluss hat auf diese Herrlichkeit, die wir eigentlich alle zugute haben. Und ich hatte schon vor vielen Jahren mal so eine Erfahrung gemacht, da war ich in einem großen Frauenkreis, also wir waren an einem Treffen eingeladen, wo so namhafte Prediger und dann auch Predigersfrauen waren, die so Rehabilitationswerke führten und dann war so eine Frauenrunde. und dann waren dann eben diese angesehenen Frauen, sie hatten erzählt, es ging um Seelsorge und alles Mögliche und dann haben sie erzählt, wie man eben in der Vergangenheit die Beziehung zum Vater und wie man das alles aufarbeiten muss und all diese Dinge. Und ich war ganz noch frisch verheiratet und unerfahren und ich hatte nur einfach dann so gesagt, ja, ich spüre einfach immer wieder, dass genauso wie ich zu meinem Mann bin, genau diese Beziehung, die ich zu meinem Mann habe, dass das eins zu eins dasselbe ist, wie ich mit Gott bin. Und dann wurde es total still in der Runde, also ich wollte da nur meine Erfahrung erklären. Und dann nachher haben sie mich angeschaut und da habe ich gemerkt, jetzt habe ich etwas gesagt, was niemandem Freude gemacht hat. Und sie haben es mir dann auch zu spüren gegeben. Und da habe ich einfach gespürt, das sind einfach diese Dinge, man sucht immer zu weit, man sucht irgendwo in der Vergangenheit, im zweiten und dritten Glied irgendwo oder dann verschiebt man es auf die Zukunft. Aber das Unmittelbare eben im Familienalltag, mein Nächster, mein Ehemann, meine Kinder, wie funktioniert es da? Das ist immer wie schon, da hüpft man darüber weg und sucht einfach überall. Und mir ist es immer mehr bewusst geworden, dass es eben dort beginnt, wenn diese Herrlichkeit Gestalt gewinnen möchte, ganz real, dass wir dort beginnen müssen. Und für mich ist, also es gibt ja auch diese Bibelstelle in Epheser 6, da heißt es, da sagt ja Paulus, die Ehe ist ein Geheimnis, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Also ist es eigentlich so, dass die Ehe wie ein Abbild ist, ein Bilderbuch, auf das, was die Beziehung zu Gott betrifft. Also das ist eigentlich nur ein Nachhilfeunterricht für uns, dass wir merken, wo wir stehen und wie wir zu Gott stehen. Und ich habe mir da so überlegt, wie das so funktioniert. Zum Beispiel, wie war das zum Beispiel eben in der Verlobungszeit? Da ist es doch genau so, dass wir, ja, wie war das, wenn ich wusste, Ivo kommt? Da hatte ich natürlich alles unternommen, um ihm möglichst zu gefallen, dass er ja keinen Makel an mir findet. Und dass nichts da ist, was ihn irgendwie betrüben könnte. Und das ist doch auch genau so in der Beziehung zu Gott in der ersten Liebe. Das ist doch die erste Liebe, wenn wir mit Gott mal eine Berührung hatten, dann ist es unser Wunsch, in ihm zu sein. Und dann, nachher verlieren wir das wieder. Eben durch die Sünde wird es verschüttet. Und ich erinnere mich so gut einfach an diese Zeit, wie das damals war. Und so ist es genau so in dieser Beziehung zu Gott. Es gibt so viele Menschen, die, eben sie nennen sich Christen, aber sie pflegen nicht diese Liebesbeziehung. Zum Beispiel eben gerade die stille Zeit, dieses große Thema. Morgen steht man auf und ist noch müde. Vielleicht hat man noch zehn Minuten Zeit, zum einen Kaffee zu trinken oder vielleicht ein Gebet zu sprechen, dass dann der Tag gut läuft. Aber das war es dann schon. Und so kann gar keine Beziehung gepflegt werden. Es muss doch eben diese Zeit vor Gott da sein, um das zu pflegen. Ich habe das mir angewöhnt, schon seit vielen Jahren, und einfach, dass ich in der Früh aufstehe, wenn alles noch still ist, wenn die Kinder noch schlafen, wenn noch Ruhe ist. Also vor allem, als sie klein waren, da war immer noch ganz Ruhe. Heute muss ich schauen, dass die Kinder nicht vor mir aufstehen. Aber einfach dieses Prinzip, einfach vor Gott zu stehen und auch immer wieder diese Beziehung zu pflegen, zu schauen, was ist jetzt irgendwie geschehen, dass diese Herrlichkeit zerbrochen ist. Irgendwas habe ich getan. Was war das genau? Wo habe ich dieses Leben jetzt verloren? Und dann das wieder aufzuarbeiten, bis alles wieder gereinigt ist und klar ist. Und dann erlebe ich es eben auch in dieser Beziehung zu meinem Ehemann, dass dann auch diese Liebe jung und frisch bleibt. Genau so haben wir es dann erlebt, wie wir immer wieder diese Beziehung gereinigt haben, auch miteinander, dass wenn irgendetwas zwischen uns gekommen ist, dass wir das miteinander aufgearbeitet haben, dass ich einfach wieder meinem Ehemann ganz klar in die Augen schauen kann und sagen kann, es ist wirklich alles in Ordnung. Ich habe nichts, was mich quält, nichts, was ich an Vorruf im Herzen habe, nichts, wo wir Uneinigkeiten haben. Einfach, es ist alles klar, bis auf den Grund. Und ich denke, wir sind dazu berufen, zu solch einem Leben erstens in der Beziehung zu Gott, dass wir in dieser Berührung, dieser Herrlichkeit leben können und nichts uns quält im Gewissen und nichts uns quält, wo wir merken, da ist etwas Unbekanntes, etwas Unbereinigtes. Und genauso auch in dieser Beziehung, das ist eben das Abbild, in dieser Beziehung in der Ehe, dass alles rein ist und stimmt. Und so habe ich das auch eben immer wieder erlebt. Und ich sehe das auch, wenn die Menschen zu uns kommen und Hilfe suchen. Es sind ja viele Ehepaare, viele Familien, die kommen zu uns und suchen Hilfe. Und was man überhaupt sieht, es ist eigentlich alles verschüttet, es ist alles im Tod drin, es ist durch viele, viele Sachen, die man nicht mehr bewältigt hat, ist alles erstorben. Und man bemüht sich auch nicht mehr um diese Beziehung, also im Vergleich zu der Verlobungszeit, wo man alles getan hat, dass man wirklich, dass man dem Gegenüber eine Freude macht. Dann ist der Alltag dann nachher so, dass der Mann morgens früh aus dem Haus muss und die Frau kommt vielleicht noch aus dem Bett, um ihm müde einen Kuss zu geben, ohne noch nicht einmal die Zähne geputzt zu haben. Was er sieht, ist einfach eine ungepflegte Frau. Und wenn er abends dann nachher zurückkommt von der Arbeit, ist das Erste, was ihn empfängt, sind all die Sorgen und was alles falsch gelaufen ist und was vielleicht er noch hätte machen sollen und nicht gemacht hat. Und versteht ihr so, so kann gar keine Liebe gepflegt sein, gar keine Beziehung wirklich gedeihen, wenn wir nicht merken, dass es bei den kleinsten Dingen im Alltag drin beginnt. Oder auch, habe ich es auch bei mir gemerkt, oder man sieht das ja auch überall, wenn man rumschaut, Ivo hat immer gesagt, er war früher mal in Indien, und hat dir gesagt, du kannst es beobachten, wenn die Frauen, wenn sie verheiratet sind, dann geht es ein Jahr, dann sind sie doppelt so breit wie vorher. Einfach weil sie dann sich gehen lassen, sie denken, jetzt kommt der nicht mehr drauf an, ich habe meinen Mann, ich kann ja, jetzt kann ich essen und machen, wie ich will, das ist egal. Also versteht ihr, ich spreche von diesen Kleinigkeiten, stört euch das? Ich habe einfach gemerkt, es ist in der Beziehung genau das, es muss gepflegt sein, und die Kraftverluste, die sind in den Details. Und ich weiß nicht, ob ihr auch wisst, dass es gibt wirklich Ehen, die geschieden werden, weil zum Beispiel die Frau nicht damit fertig wird, dass der Mann die schmutzige Unterwäsche einfach hinter die Türe knallt, und sie muss es dann zusammenlesen. Also versteht ihr, es sind so viele Kleinigkeiten, die unser Leben prägen, und wir merken, wir suchen nach großen Dingen, und suchen nach der Zukunft und nach dem Himmel, und merken nicht, dass wenn wir in diesen Kleinigkeiten beginnen, mit Gott zu rechnen, dass dort das Leben in den Alltag hineinkommt, dass dort der Himmel eben auf die Erde kommt und nicht mehr auf morgen verschoben werden muss. Und es gibt so viele Beispiele, und ich denke, wenn ich so Details erwähne, dann nachher kann jeder denken, ah, zum Glück, das betrifft mich nicht, da bin ich ganz anders und so. Aber ich weiß nicht, macht es einfach nicht so, wie derjenige, ich weiß nicht, der Prediger hat mal aufgerufen und hat gesagt, hat er gesagt, wenn du einen Huhn gestohlen hast, du musst es bekennen und zurückbringen. Und dann hat der Zuhörer gedacht, ah, zum Glück hat er nicht ganz gesagt. Sonst hätte er die ganz noch zurückbringen müssen. Also, versteht ihr, ich spreche immer von Prinzipien und ich spreche von, ich gebe vielleicht ein kleines Beispiel, aber du weißt selbst ganz genau, wie es in deinem Leben ist, wo die Dinge sind, wo bei dir eben diese Kraft rausläuft und wo sie bricht. Und ich habe einfach, schon als wir frisch verheiratet waren, hatte ich immer den Wunsch, dass unsere Ehe jung und frisch bleibt, dass wir einfach immer in dieser Liebe wachsen können. Und ich hatte immer so diesen Wunsch und habe gedacht, das wäre das Schlimmste, wenn wir uns auseinanderleben. Und ich habe überall immer beobachtet, wie das läuft, wenn wir uns auseinanderleben und jeder geht seinen eigenen Kurs und dann, und nachher am Schluss ist es eben dann so, dass man, wenn man auf der Straße läuft, läuft der Mann 10 oder 15 Schritte voraus und die Frau hinterher. Und es ist nur ein Abbild von dem, dass sie sich nichts mehr zu sagen haben. Und deshalb habe ich immer wieder gemerkt, es braucht so wenig und dann ist plötzlich irgendwie dieses Leben wieder weg, diese Herrlichkeit ist weg. Und dann bin ich stillgestanden, wir haben zusammen daran gearbeitet, bis wir wieder gemerkt haben, jetzt sind wir wieder ganz im Frieden drin. Und eben das betrifft halt viele Details, wenn ich auch zurückdenke an früher, und früher, da war das ganz besonders so, dass ich einfach viele Dinge gemacht habe und ich habe gedacht, das gefällt ihm, das möchte er so. Und dann immer wieder, wenn ich es gemacht habe, ist das Leben weggegangen. Und das ist auch wieder so ein Bild auf unsere Beziehung zu Gott. Wir machen so vieles religiös für ihn und denken, dass wir so ihm gefallen, aber wir haben gar nicht gefragt, was willst du eigentlich von mir, was möchtest du eigentlich? Und so, als Beispiel eben war ich auch, als wir verlobt waren, hat er sich mal zum Besuch dann gemeldet und ich wusste, ich darf ihm etwas kochen. Da hatte ich mich natürlich gefreut und wollte das Beste machen für ihn. Und dann habe ich einen Salat gemacht, so einen frischen Salat mit frischem Gemüse und so. Und nachher habe ich obendrauf noch alles so Melonen, Wassermelonen-Schnitze draufgelegt. Und dann habe ich ihm dann den Salat präsentiert und dann hat er zuerst nur dreimal geschluckt. Und dann habe ich gemerkt, irgendetwas ist nicht, habe ich ihm, glaube ich, nicht so eine Freude gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass das für ihn etwas ganz Fremdes war, etwas so Salziges und Süßes zusammengemischt zu essen. Und dann habe ich gemerkt, ah, das ist gar nicht seinem Geschmack gemäß. Ah, das möchte ich ändern. Das möchte ich gar nicht mehr so machen. Was liebst du? Was isst du gerne? Was kann ich dir kochen? Eben, dass dort beginnt es, dass wir im Alltag drin eben spüren, was ist dem Nächsten sein Bedürfnis, nicht was ist mein Bedürfnis. Oder weiter war das auch, dass ich dann kurz nach der Hochzeit hatte ich auch gesagt, ach, die Haare, das ist immer dieselbe Frisur. Und ich muss mal zum Friseur. Ist das recht? Ja, gut, dann geh. Und dann bin ich zum Friseur gegangen und dann war es auch nicht so ein guter Friseur. Auf jeden Fall hatte ich nachher, als ich zurückkam und Ivo mich sah, hatte zuerst mal einen halben Schrei ausgestoßen. Und dann hat er gesagt, also du siehst ja aus wie... Und dann wusste ich auch, ist irgendetwas nicht ganz nach seinem Geschmack gelaufen. Und das hat mir nachher so leid getan, dass ich jetzt eben gemeint habe, ich mache ihm einen Gefallen und dabei mache ich genau das, was er gar nicht wünscht im Herzen drin. Ebenso mit der Kleidung, wie läuft es doch? Mit all diesen Details des Alltags, die Frauen, sie kleiden sich ein und sie, wie es eben in allen Kaufhäusern ist, die unterste Etage ist immer voll, alles für die Frau. Schmuckschminke, Kleider, alles, dass ihre Augen gleich den Empfang bekommen und dass er eben die Versuchung lockt und nachher gibt man Geld aus und man hat gar nicht ihn gefragt, ja, was gefällt dir, was wünschst du? Und ich denke, es ist ein Dokument für unser Leben, einfach wie wir auch Gott gegenüber leben. Jeder macht irgendetwas, wurstelt irgendetwas. Niemand bleibt mal stehen und fragt, Herr, was willst du eigentlich von mir? Und das sind all diese Details, wo ich dann einfach gespürt habe, dort geht immer das Leben raus. Dann nachher merke ich, etwas ist nicht mehr wie vorher. Kann ich da einfach Geld ausgeben oder etwas kaufen, nur weil es mir gefällt? Wir müssen das doch absprechen, wir müssen doch schauen, ist da der Friede drauf oder ist er nicht drauf? Und dann einfach auch dieses, man kommt ja, gerade in der Ehe, man kommt aus irgendeinem Hintergrund, der andere kommt aus einem Hintergrund. Es sind zwei ganz verschiedene Charakteren, die zusammenkommen. Ich war zum Beispiel in einem Haus aufgewachsen, da war immer alles perfekt und sauber und so und ich war nicht so gewohnt und dann habe ich immer gedacht, ja, das ist das, was es unbedingt braucht und je mehr, je größer die Familie geworden ist, desto mehr habe ich halt gearbeitet und gemacht, um alles auf dem Stand zu behalten. Bis dahin, dass nachher, wenn Ivo mal gekommen war und eine Pause gemacht hat, war ich noch im Stand, es war mir dann zu viel, nach dem Besen abzustellen, weil das muss jetzt unbedingt sein, dass ich ihm noch um die Füße herumgekehrt habe und dann bin ich aber erschrocken, habe gemerkt, irgendetwas stimmt nicht mehr und als ich ihn dann mal gefragt habe, ich habe einfach gespürt, das Leben ist nicht mehr so da, irgendetwas ist zwischen uns, irgendetwas ist nicht ganz so, wie es sollte und da habe ich mal nachgefragt und dann nachher hat er gesagt, weißt du, ein Gramm Herz ist mir lieber als eine blitzblanke Wohnung und dann habe ich mal geschluckt und habe gemerkt, er setzt die Prioritäten ganz anders als ich, ihm ist es viel lieber, wenn er mich spürt und wenn er da ist, wenn ich bei ihm bin und wenn jetzt halt mal die Maschine noch nicht eingestellt ist und wenn noch nicht alles ganz aufgeräumt ist und nicht alles, was hat er davon, wenn eine Frau hat, die überall rumspult, aber der nur noch Hallo und Tschüss sagen kann und das sind alles diese Dinge, wo ich gemerkt habe, genauso leben wir Gott gegenüber, wir, wie es Ivo gesagt hat, ihr wollt aus den Schriften, denkt ihr habt das Leben, ja wir haben das ewige Leben dann dort mal im Himmel, aber ihr wollt nicht zu mir kommen und da habe ich gemerkt, das ist genau die Parallele, wir Menschen, wir machen alles und tun alles, aber wir wollen nicht kommen und fragen, was ist, was möchtest du eigentlich von mir, was ist dir lieber, wenn ich das so oder so mache, wo ist eigentlich Fried drauf, wo ist Kraft drauf, wo ist Leben drauf und genau so wird dann der Himmel eben in die Ewigkeit verschoben, er kommt nicht zu uns in den Alltag rein und so ist es dann auch eben die ganzen Prinzipien, auch mit der Unterordnung, ihr kennt ja die Verse sicher alle auswendig und die heutigen Theologen, sie sagen sogar deutlich, das ist das Warmal, das ist für die späteren Zeiten, die früheren Zeiten war das Mal, heute ist halt alles anders und so und doch habe ich immer gespürt, ich habe nicht gedacht, so ich muss jetzt einfach untergeordnet leben, was er sagt, also steht da in der Bibel, was er sagt, das gilt, sondern ich war ganz fröhlich und frei, habe einfach gelebt und habe einfach gedacht, ich habe mir immer gewünscht, in der Unterordnung zu leben, weil es hat mich angesprochen von der Bibel her, ich wusste, wenn Gott das sagt, dann muss es doch sicher das Bessere sein, auch wenn das alle abstreiten und dann habe ich gedacht, das möchte ich, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn man wirklich in der Unterordnung leben kann, aber in der Praxis, wenn ich so drauf losgelebt habe, habe ich gemerkt, dass ich total immer das Gegenteil mache, dass ich total dazu neige, immer gleich voran, sei es nur, dass man eine Wohnungseinrichtung eben anschauen muss, das erste Mal man sucht zusammen, man richtet die Wohnung ein und dann sagst du, oh ja, das ist doch schön, das ist schön, das findest du auch nicht, ja, das nehmen wir doch nicht und merkst gar nicht, dass du regierst, und dann auch mit dem Urlaub, wie oft ist es so, dass die Frau, meistens ist es so, dass die Frau ganz einen anderen Wunsch hat, als der Mann und ich habe das auch schon so oft gesehen, eben wenn die Frau zum Beispiel den ganzen Tag zu Hause ist, sie möchte unbedingt ausfliegen, sie möchte ausgehen, der Mann denkt, ach, wie froh bin ich, dass ich endlich mal zu Hause mal sein kann und mal ausruhen und so, das reißt, die Bedürfnisse gehen auseinander und so war ich auch jetzt von meinem Elternhaus her, war ich so gewohnt, mein Vater hat immer für alles weit voraus geplant, schon ein Jahr vorher wusste er, wann wir, was wir machen im Urlaub, er hat das schon ein Jahr vorher geplant und bei uns war es immer so, dass wir nie wussten, wo geht der Herr durch, gibt es eine Gelegenheit, mal wegzugehen, gibt es keine, haben wir überhaupt Geld, irgendwo hinzugehen, es musste immer alles, im Moment musste man sehen, ist da Leben drauf oder ist nicht drauf und dann, das konnte ich irgendwie noch nicht so verkraften, da habe ich nachher ein paar Monate vorher mal einfach ein Prospekt so unter die Nase gerieben und gesagt, Ivo, schau mal, das wäre doch schön, könnte man nicht mal hier hinfahren und so und dann hat er, ja und dann habe ich ihn schon rumgekriegt und dann hat er gesagt, ja gut, komm, also organisiere das alles und so und da war einfach kein Segen drauf, oh, das war schlimm, das war so nicht schön und irgendwie habe ich dann gemerkt, dass durch diese Praxis, wo ich immer gemerkt habe, immer wenn ich vorausgehe, wenn ich ihn irgendwie manipuliere, wenn ich vielleicht auch nicht direkt sage, du komm, mach doch so oder mach so, sondern wenn ich so schön von hinten komme, dass er nachher selber auf den Gedanken kommt, was ich jetzt gerne wünsche, nachher ist das Leben weg, die Kraft ist weg, wir sind wie getrennt, es ist wie eine Mauer zwischen uns und dann habe ich begonnen zu realisieren, es geht ja gar nicht hier um ein Gesetz, so einfach stur, jetzt muss ich unterordnen und, sondern da geht es ja auch wieder um dieses Leben, wenn ich das Leben wenn ich das anders mache, ich kann das schon machen, aber es ist einfach nicht so schön, also lasse ich es und mit der Zeit habe ich das so lieben gelernt, diese Unterordnung, einfach vom Herzen her, nicht ich muss es, sondern ihn zu fragen und zu warten auf ihn, bis er den Impuls von oben bekommt, weil dann ist immer die Herrlichkeit drauf, auf dem, was mir, das habe ich immer so erlebt, immer war dann Herrlichkeit drauf und wenn ich selber was in die Hand genommen, jetzt sollte man doch mal und so, dann ist es einfach nicht gelungen und ich denke, das ist die Gnade, die der Herr gegeben hat, weil ich mir so gewünscht habe, in diese Ordnungen reinzufinden und das ist für mich so etwas Besonderes und ich denke, wir sollten einfach alle mal unser Leben wirklich unter die Lupe nehmen, mal schauen, wo fließt dieses Leben raus, denn es ist, das Problem ist nicht, dass wir nicht genug Lehre haben und Einsichten und eben Erkenntnisse und Konferenzen, aber das Problem ist, wenn wir zu Hause über die Türschwelle kommen, dann kommen die alten Abläufe, da geht alles nach demselben Muster, dann kommt der Streit, dann kommt wieder diese Situation, ah schon wieder, schon wieder hat er das gemacht, schon wieder hat sie das gemacht, schon wieder die Kinder und alles ist weg, meistens kann man nur für einen Moment ein Stück Himmelsluft riechen und dann geht es gleich wieder auf den Boden der Realität und ich denke, wenn wir da erkennen, dass wir im Alltag stillstehen und schauen, wo, wo bricht diese Herrlichkeit ein Zwei, wo geht das Leben raus, dort kann etwas ändern und ich denke, das ist halt das, von was ich am liebsten zeuge, es ist einfach unser Dienst, wir haben viele Menschen, die auch zu uns kommen, die einfach in diesem ganzen Netz, wo sie sich verfangen haben im Alltag mit all den Sünden vielleicht von früher und dann die Sünden, die zusammenkommen im Zusammenleben, es ist ein Knäuel, man kann es gar nicht mehr so schnell entwirren, es ist wie mit dem Unkraut, eben wenn man die Beziehung immer pflegt, man spürt sofort, wenn ein Gleichnis, auf dem man den Garten immer Unkraut jätet, dann siehst du sofort wieder, wo das Unkraut ist, du kannst es leicht rausziehen, aber wenn du alles überwuchen lässt, ich glaube, das ist eine riesen Anstrengung, am Schluss brauchst du den Bagger und ich weiß nicht was, den Presslufthammer und die Dornen und alles noch wieder, um diesen Garten wieder mal flott zu kriegen, ich glaube, das hat mir mal jemand erklärt, was das gebraucht hat, um irgend so ein Land zu befreien von Dornen und allem Möglichen und so geht es uns eben oft, dass Menschen zu uns kommen, die in solch einem Zustand sind, dem sagen wir dann Bemessungswoche, die Menschen kommen und wir begleiten sie für ein paar Tage, wir helfen ihnen, diese Verwicklungen und diese Dornen wieder zu lösen, bis sie mal wieder die Berührung spüren zu Gott, bis sie mal dieses Leben wieder beginnt zu fließen, ganz fein in der Beziehung und dann kann man es beginnen zu hüten und zu schauen, ah, wo fließt es jetzt raus und wo nicht, auch dieses Ruheringsum, das auch Ivo kreiert hat, da geht es genau darum, eigentlich diese, im Alltag diese Dinge zu kennzeichnen, ah, jetzt ist genau wieder dieser Moment, jetzt habe ich hier, hier ist jetzt wieder Leben rausgeflossen, wo ich jetzt zum Beispiel den Kühlschrank aufgemacht habe und zwischendurch was gegessen habe, plötzlich ist der Herr weg und da habe ich den Fernseher eingeschaltet und danach habe ich gemerkt, ich habe kein Empfinden mehr vom Geist, irgendetwas ist mit mir geschehen, es gibt so viele Dinge im Alltag und wir übergehen das Laufen und merken gar nicht, dass wir die ganze Zeit die Herrlichkeit zerbrechen und ich denke, wenn wir ehrlich sind, wenn ich von erster Liebe und Liebesbeziehung spreche, ich kann fast sagen, das sieht man fast gar nicht mehr, es gibt ja jede zweite, dritte Ehe, sage ich mal, wird geschieden, aber was mit diesen Ehen ist, die noch ganz sind, dass, wenn man das noch sehen würde, wenn man da noch hinter den Vorhang guckt, wie viele Tasten da noch fliegen und was da noch läuft, wenn man sich nicht ganz auseinandergelebt hat, wenn die Frau sich nicht entschieden hat, jetzt ihren Kurs zu gehen und der Mann ihren, dass man einigermaßen noch aneinander vorbeikommt, aber wo, das ist das Geheimnis, wo fließt die Beziehung noch zu Gott und untereinander und das, das denke ich, ist das Geheimnis, dass eben diese Kraft zunimmt, dass der Himmel zu uns kommt und wir ihn nicht auf morgen verschieben müssen und wir haben das jetzt so erlebt in unserer Ehe, dass der Herr uns immer wieder die Gnade geschenkt hat, zu merken, wo haben wir jetzt wieder einander verloren, wo haben wir wieder das Leben verloren und dann kommen eben noch die Kinder dazu, das wird dann noch, das wird dann noch mal viel anspruchsvoller, viel schwieriger und in den meisten Ehen, wenn sie noch funktioniert haben, dann ist es meistens dort, dann ist die Endstation, denn wenn das Baby kommt und dann alles beherrscht und schreit den ganzen Tag und die Mutter denkt, ja, ich habe einen Mutterinstinkt, ich muss das Kind zum Beispiel wirklich immer, wenn es weint, sofort anlegen, danach er merkt, der Mann, der ist irgendwie ein bisschen nüchterer und merkt, kann das sein, esse ich auch immer gerade alle halbe Stunde was, wenn ich das Gefühl habe, ich habe Hunger, kann das sein, er beobachtet es ein bisschen nüchterner und dann merkt er, ah, wir haben, wenn ich heimkomme, steht das Essen nicht mehr auf dem Tisch, wir haben keine Zeit mehr zum Sprechen, wir haben keine Zeit mehr zum Beten, irgendwas stimmt hier nicht und dann gilt es dann eben wieder miteinander den Weg des Lebens zu spüren, ah, da geht es lang, das Kindchen müssen wir, wir sind hier, es zu erziehen, es zu lenken, zu leiten, dass wir Frieden haben wieder miteinander und so haben wir das erlebt, danach ist eines nach dem anderen dazugekommen, sie werden größer, die Probleme sind so vielschichtig im Alltag, dann sind sie klein, dann kommt das, die Situation, wo das Kind auf den Boden stampft, ich will was, das nimmt die Puppe dem anderen weg, nein, ich will die Puppe, ah ja, die Kinder, sie müssen halt streiten, das ist wichtig für die Persönlichkeitsbildung, oder was machst du mit diesen Situationen, da hast du schon die Herrlichkeit verloren, wenn nämlich dann jemand zu dir zu Besuch kommt, dann denkt er, wow, hier sieht es aus, Mann, die gehen ja um miteinander, er sieht überhaupt nichts von Christus in deiner Wohnung, kannst du sicher sein, aber wenn du da stehen bleibst und miteinander wieder berätst oder nach dem Frieden fragst, so haben wir das erlebt, habe ich gemerkt, ah, ich muss den Streit in kleinsten Ansätzen ausrotten, wenn ich also, oder auch das, das wieder, diese Rebellion, wenn ich also das Stampfen nicht jetzt, irgendwie aus diesem Leben rausbringe, dann wird es mir, da wird es mir, mit vier wird es mir eins in den Hintern geben, nicht, und ich habe es nachher total so, genau so habe ich es nachher erlebt, es war dann eine Frau, eine Nachbarin von mir, und ich habe, sie hatte auch ein gleichartiger, gleichartige Kinder wie wir, und ich habe gemerkt, ich muss so viel mit den Kindern arbeiten und ihnen immer wieder die Flausen irgendwie aus dem Kopf, treiben und so, und die anderen, die haben es immer schön lustig miteinander, habe ich gedacht, ja, irgendetwas kann das stimmen, und dann hat der Herr mir mal die Gnade gegeben, dass ich nachher einkaufen ging ins Dorf, und da war vor mir genau diese Frau mit diesen Kindern, die im selben Alter war, und dann haben die so rebelliert, und das Kind hat dann tatsächlich der Mutter den Fuß, hat sie getreten, in den Fuß und sie, ach komm, hör auf, und so, und dann habe ich gemerkt, aha, es ist doch nicht ganz, dasselbe, also was, eben was im Kleinen ist, der Same, der geht irgendwie auf, und wenn man nicht daran arbeitet, kann man es irgendwann nicht mehr halten, und dann habe ich wieder Mut bekommen, doch an diesen Kleinigkeiten zu arbeiten, wenn ich gesehen habe, ah, der nimmt dem etwas weg, dann haben wir beraten, haben gemerkt, jetzt müssen wir das unternehmen, also, jetzt spielen wir getrennt, jetzt kannst du hier in diesem Zimmer spielen, und du kannst hier spielen, bis der Friede wieder da ist, und dann konnten wir in den Feinheiten die Streitereien ausfegen, dass es nie dazu kam, dass eines das andere angreift oder schlägt, dass es nie dahin kommt, aber weil wir Menschen so verdreht sind, und so nicht praxisbezogen, denken wir immer, ja, wenn der grösser ist, dann versteht er das, und nachher macht er es nicht mehr, aber schau doch in die Welt, alles, was klein ist, das vermehrt sich, das wird gross, das wird nachher zu Streit, und eben im schlimmsten Fall zu Krieg, oder sonst ist es einfach verdeckt, und du denkst, ah, das ist ein guter Junge geworden, aber du siehst nicht, was da drinnen ist, wir hatten auch so ein Nachbarsmädchen, das war, ich war öfters damals auf dem Spielplatz mit den Kindern, weil wir konnten nicht nach draußen gehen, und dieses Kind war so böse, also so ein böses Mädchen, das hat immer Streit gemacht, und die wüssten Sachen gesagt, und den Kindern Sand angeschmissen, und es war so böse, und gehässig, und ich dachte, so ein Mädchen, das ist nicht mal wie ein Mädchen, das ist ja furchtbar, und dann gingen es einige Jahre, das waren viele Jahre, und dann, und nachher waren wir, war ich mal mit Ivo im Bändchen, das nach Walzenhausen hochfährt, und dann habe ich dort ein junges Mädchen gesehen, das war bildhübsch, und hatte die Haare so hochgesteckt, und ich dachte, das ist so ein hübsches Mädchen geworden, also so ein hübsches Mädchen, da hat mir Simon gesagt, das ist dann die, das ist... und ich bin fast der, ich kann es fast nicht fassen, weil das war genau das Mädchen, was dort im Sandkasten sich dermaßen so gegeben hat, und das ist mir richtig, richtig bewusst geworden, eben wenn die Dinge nicht wirklich gottgemäß ausgereinigt werden, aus dem Leben, die sind nachher auch da, wenn die Fassade nachher stimmt, nicht, kurze Zeit später hat sie geheiratet, und ich weiß nicht, was da dann hervorkommt, und das ist ja oft das Problem, nicht, man geht nach dem Äußeren, und das, was innerlich herangewachsen ist, all diese Jahre, das kommt dann irgendwann hervor, wenn die erste Zeit der Liebe, die ersten zwei Wochen vorbei sind, nicht, und da spüre ich, da schlägt mein Herz, einfach dort in der Praxis, wo wir erkennen, dass, wie es der Herr sagt, wer im Kleinen treu ist, ist ganz einfach, eins und eins gibt zwei, der ist im Großen auch treu, wer im Kleinen untreu ist, eins und eins gibt zwei, der wird im Großen untreu sein, also das, was wir sehen, das ernten wir, da können wir gar nichts dagegen machen, das ist einfach so, und deshalb haben wir dann, ach, das war, es ist halt auch mehr Arbeit im Moment, wir haben dann immer miteinander gearbeitet, mit den Kindern, wenn sie dann grösser werden, man spürt, man spürt, sie wollen sie auch, sie haben Berührung mit draußen, sie wollen, alle haben die besten Fahrräder, die besten Sachen, ja, ich will das auch, was machen wir jetzt, es sind so viele, hundert Möglichkeiten, wo wir spüren, da geht jetzt einfach das Leben, da geht es jetzt einfach raus, wir können es zusammen besprechen, können den Kindern Vision geben, schau, wir müssen nicht alles haben, wir müssen nicht überall mittrennen, bis das Kind spürt, ach, es ist eigentlich mehr, was wir zu Hause haben, den Frieden, die Harmonie, das haben die anderen nicht, wenn ich zu ihnen nach Hause gebe, das ist grausam, da möchte ich am liebsten wieder nach Hause gehen, also ist das eigentlich mehr, als wenn ich jetzt einfach das neue Fahrrad habe, einmal ist ein kleiner Junge von einer Nachbars, also Nachbarsfamilie zu uns gekommen, hat da der Jan Henoch mitgebracht, von der Schule, und der war ein bisschen bei uns, und da ist er nachher vor mich hingestanden, hat gesagt, du, weißt du, was wir jetzt machen, jetzt geht der Jan Henoch zu mir nach Hause, und ich bleibe bei dir. Er hat einfach gespürt, der Friede, das ist mehr als das, was zu Hause hat er alles, und kann machen, was er will, aber es ist wirklich schlimm, und dann haben wir auch gespürt, jetzt zum Beispiel, wir haben es dann so gemacht, wir haben beraten, wie machen wir jetzt das, mit den Schulkollegen, Schulkameraden, normalerweise lässt man das dann einfach zu, die Kinder müssen selbstständig werden, sie müssen selber ihren Weg gehen, und rechtfertigt das, dass man keine Einheit mehr ist, und denkt, ja, sie müssen alles selber merken, sie müssen alles selber merken, dabei sind wir doch da, um ihnen zu helfen, zu finden, wo ist das Leben, wo ist es nicht, und dann haben wir so abgemacht, gut, ihr könnt, wenn ihr mit den Kameraden zusammen seid, kommt einmal eines zu uns, und das nächste Mal, dürft ihr gehen, also nicht, nicht, dass man immer die Kinder irgendwo zusammen suchen muss, und plötzlich, dann kommt eines nach Hause, und man spürt irgendwie, ist der Ausdruck so komisch, in den Augen, was, man spürt irgendwie, findet man sich nicht mehr, wenn man spricht, ist wie die Beziehung unterbrochen, und wir haben doch gelernt, Beziehung zu Gott, dann haben wir automatisch Beziehung untereinander, und dann geht es dann oft so, dann nachher denken die Mütter, ja, ich muss immer, ich denke immer, ja, es muss immer alles nach meinem Kopf gehen, und jetzt, und hinterfragen, ihr Empfinden, und denken, ich will nur meinem Sohn das aufdrücken, was ich will, und doch ist es der Geist, der ganz fein etwas signalisiert, etwas stimmt nicht mehr, und da haben wir uns angewöhnt, als Familie, wir sitzen dann zusammen, und sagen, du, ist alles noch gut zwischen uns, ist irgendetwas, und dann, ja, ist alles in Ordnung, ist alles normal, und irgendwie, irgendwann lässt es einem dann keine Ruhe, und plötzlich merkt man, aha, er hat bei einem Kollegen im Fernsehen geschaut, im Video geschaut, und jetzt hat es ihn geplagt, er kommt und sagt, es hat mir nicht gut getan, es hat mich, seit da komme ich nicht mehr richtig in die Beziehung zu Gott, und dann ist es wieder, kann man es wieder ausräumen, und dann hat man wieder Leben miteinander, und so ist es, einfach dieses Leben zu pflegen, ist eine Arbeit, und ich denke, jeder weiß, dass es überall eigentlich nur verschüttet ist, das Leben, man hat sich an diesen Zustand gewöhnt, man lebt ohne Leben, man lebt mit Streit, man lebt mit diesen Uneinigkeiten, mit diesen Sachen, die nicht stimmen, und wenn dann die Pubertät kommt, dann wird es ganz schlimm, dann wird es ganz offenbar, die Kinder haben keine Kraft, dieser Wucht der Sünde zu widerstehen, es reisst sie mit hinein, und dann denkt man, ja, man kann jetzt nichts mehr machen, es ist zu spät, oder es ist dann auch vieles schon zu spät, oft, aber es ist eben möglich, es ist doch möglich, in jeder Situation, egal wo jetzt jeder steht, und vielleicht auch merkt, alles versäumt, alles versäumt, es gibt überall, in jeder Situation wieder ein Regen, wo man, wo der Geist ansetzt, an einem speziellen Punkt, wo man beginnen kann, dieses Leben wieder neu zu pflegen, und das wünsche ich mir, und das ist auch unser Ziel, diese Hilfe, deshalb bieten wir auch diese Hilfe an, in der Bemessung, und in dem Dienst, den wir in Walzenhausen tun, um diesen Schritt zu finden, wo kann ich jetzt ganz praktisch dieses Leben wieder umsetzen, dass die Herrlichkeit wieder mal in mein Herz wieder einzieht, und dann auch in meine Beziehung, unmittelbar dort, wo ich bin, wieder Gestalt gewinnen kann, so Schritt zu Schritt, und das wünsche ich eigentlich uns allen, ich habe selber, ich denke selber, es gibt nichts, was mich mehr begeistern könnte, als diese Herrlichkeit, als dieses Leben, was ich in uns drin Gestalt gewinnen möchte, und zwar sichtbar, nicht sichtbar in unseren Kindern, sichtbar in mir, sichtbar, dass ich nicht erzeugen muss von später, oder erzählen musst du, wenn du an Jesus glaubst, kommst du dann in den Himmel irgendwann, du solltest auch an ihn glauben, sondern wo eben die Menschen kommen, wie es bei mir damals war, wo ich es aufgegeben hatte, versuchte eben die Menschen zu bekehren, aber sie haben gar nicht auf mein Zeugnis angesprochen, weil ich hatte nur einen Krampf, aber irgendwann habe ich es aufgegeben, habe einfach gesagt, Herr, ich möchte für dich allein, einfach für dich leben, und es ist mir jetzt egal, was geschieht, und irgendwann war, dann kamen die Leute, das war damals in der Berufsschule, da kam die Zita, sie ist jetzt unsere erste Mitarbeiterin, sie war damals nicht gläubig, da hat sie gesagt, hey, was machst du da, warum betest du vor dem Essen, hey, wieso guckst du nicht ab, bei der Prüfung, sie musste immer wieder kommen, immer wieder fragen, warum machst du das so und nicht so, und am Schluss konnte sie nicht mehr anders, da hatte sie sich dann bekehrt, und ich denke, das ist das, was ich uns allen wünsche, dass unser Leben so wird, dass er eben Gestalt gewinnt, wie sie auch gesungen hat, und ich habe für mich eben empfunden, es gibt nichts Schönes auf dieser Welt, und dann habe ich, als ich mein Lied dann versucht habe zu schreiben, dann habe ich einfach nur gemerkt, dass diese Herrlichkeit, die wir bekommen, wenn wir die Dinge eintauschen, die uns von den Tränen, all das weglassen, das ist einfach, ja, das ist einfach so viel mehr als alles andere, und dann habe ich versucht, das auszudrücken, und es fiel mir schwer, und dann habe ich mein Lied auch so, als habe ich mein Lied benannt, Tausend Worte können nicht beschreiben, wie du, Herr Jesus, bist, wusste aber nicht, dass Ivos Lied auch Tausend heisst, Tausend Zungen, es ist einfach aus meinem Herz geflossen, weil ich gemerkt habe, man kann ihn nicht beschreiben, mit diesen menschlichen Worten, und eigentlich würde ich dieses Lied jetzt gerne singen, ich habe auch in einer Strophe singe ich dort, alles was in deine Hände kommt, und wir zur Herrlichkeit, also alles was ich abgebe, wo ich endlich kapituliere, und merke, ich kann es gar nicht allein, aber ich lasse dich reinschauen, ich lasse dich verändern, ich gebe es dir, meine Ehe, meine Familie, alles was ich habe, bin, dort kommt die Herrlichkeit, er tauscht es aus, und das wünsche ich eigentlich uns allen. Gut, danke. Applaus Tausend Worte können nicht beschreiben, wie du, Herr Jesus bist, tausend Lieder, tausend Klänge, es nicht sagen, tausend Worte können nicht beschreiben, wie du, Herr Jesus bist, tausend Lieder reichen dazu niemals aus. Reiner als das Bustegold, klarer als Kristall, strahlender als Sonne, Mond und Sterne, du der Strom des Lebens, des Friedens und der Kraft, reiner als das weißeste Gewand, du die Harmonie, das Glück, die Freude und Geduld, dennoch Sturm, Gewitter, Wind und Regen, du schönsten Namen nur in dir. Ist alles, was ich je gewünscht, mich jeder nach dir sehnt, du bist das Leben, du bist das Leben, du bist das Leben, gut für mich. Amen. Musik Tausend Worte können nicht beschreiben, wie du Herr Jesus bist. Tausend Lieder, tausend Klänge es nicht sagen. Tausend Worte können nicht beschreiben, wie du Herr Jesus bist. Tausend Lieder reichen dazu niemals aus. Du schönsten Name unter diesem Himmel. Alles, was in deinen Händen wird zur Herrlichkeit. Du nimm nur mich, du nimm nur mich, du nimm nur mich und alles, was ich hab und bin für dich. Musik Applaus 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 Als nächstes singen wir Joschas Lied. Er darf jetzt selbst noch zwei, drei Worte dazu sagen. Also in meinem Lied spreche ich davon, dass wenn ich in ihm sein kann, dann kann ich den ganzen Tag der Mama gehochen und fleißig sein. Und ich kann auch eben in ihm sein, wenn ich in der stillen Zeit die Beziehung pflege. Und wenn ich das nicht mache, dann kann ich den Tag nicht der Mama gehochen und fleißig sein. Sondern dann will ich die Arbeit automatisch nicht von er zu machen. Genau, er lebt das genauso wie wir alle auch. Wenn er nicht im Herrn drin ist, wenn er zum Beispiel morgens die stille Zeit nicht rechtzeitig macht, wenn er noch länger schläft oder so, wenn er nicht im Herrn sein kann, dann gelingt ihm gar nichts. Und das kann ich ihm attestieren, das ist auch so. Also, das ist manchmal ein bisschen chaotisch, wenn er nicht drin ist. Aber wenn er dafür drin ist, dann, habe ich schon mal gesagt, ist er ein super Bruder. Jesus, wenn ich in dir sein kann, kann ich das tun, was du von mir willst. Jesus, wenn ich in dir sein kann, kann ich das tun, was du von mir willst. Herr, du musst ganz hinein in mich kommen. Jesus, du musst mich ganz übernehmen. Herr, du musst ganz hinein in mich kommen. Jesus, du musst mich ganz übernehmen. Stoß ich auch mal auf ein Problem. Dann sorg ich nicht, denn du wirst es lösen. Herr, du musst ganz hinein in mich kommen. Jesus, du musst mich ganz übernehmen. Herr, du musst ganz hinein in mich kommen. Jesus, du musst mich ganz übernehmen. Du bist das, in mir der wirken. Du bist das, in mir der wirken muss. Jesus, du bist das, in mir der wirken muss. Denn du übernimmst in mir mein Denken. Du bist das, in mir der wirken muss. Denn du übernimmst in mir mein Denken. Jesus, du bist das, in mir der wirken. Herr, du bist das, in mir der wirken. Jesus, du musst mich ganz übernehmen, ganz übernehmen, ganz übernehmen, ganz übernehmen. Ich selbst bin eigentlich, seit ich ein kleiner Junge war, ein begeisterter Christ. Ich bin eigentlich schon von klein auf begeistert von meinem Glauben, begeistert von dem Leben mit dem Herrn Jesus, eigentlich begeistert von allem, was mit ihm selbst zu tun hat. Und ich habe, ja, auch schon als kleines Kind, ich habe Berührung mit dem Herrn gehabt, ich habe ihn selbst berührt, ich habe ihn selbst kennengelernt. Und ja, das ist so eine Sache. Ich war schon von klein auf eigentlich immer sehr willig, dem Herrn zu dienen, für ihn da zu sein, ganz für ihn da zu sein. Ich habe zum Beispiel schon als kleiner Junge, habe ich die Mama gefragt, du darfst nach dem Kindergarten gleich zur Bibelschule gehen? Ich hätte am liebsten gleich Bibelschule gemacht und dann irgendwie so einfach Dienst für den Herrn, so wie das auch viele Christen haben. Man bekehrt sich und möchte gerade am liebsten irgendwo in die Mission gehen oder irgendwo was für den Herrn tun, irgendetwas für den Herrn dienen. Und was ich in diesen ganzen Jahren immer lernen durfte und lernen darf und weiter dazulernen werde, ist, was dem Herrn wirklich auf dem Herzen liegt, welchen Dienst er von mir wirklich möchte. Das ist etwas ganz Interessantes. Ich habe mich schon von klein auf, ich habe immer wieder Tagebuch geführt, ich habe stille Zeiten gemacht, ich habe vor dem Herrn gestanden, ich habe plötzlich gespürt, wie er mir selbst Dinge beginnt zu zeigen in der Schrift, ich war begeistert für, ja, einfach für das Leben mit ihm und trotzdem habe ich gespürt, der Herr misst mich gar nicht daran, wie viele begeisterte Worte ich für ihn mache. Er misst mich nicht daran, wie, ja, wie sehr ich ihn bekunde, dass ich ihn liebe, wie sehr, dass ich ein Herz habe für ihn, das sieht er auch an. Aber in der Praxis misst er mich an einem anderen Punkt. Er misst mich in meinem Alltag, er misst mich in meinem praktischen Umfeld zu Hause, er misst mich dort, wo ich lebe. Nicht dort, wo ich spiele, nicht dort, wo ich irgendwas von mir gebe oder dort, wo ich mich verstellen kann, sondern dort, wo ich bin. Und das ist ganz interessant, meine Mama hat uns von klein auf erzogen, auf das, was sie vorhin gesagt hat, auf die Treue im Kleinen, auf dort in den kleinen Dingen im praktischen Alltag, dort treu zu werden, dort wirklich so zu leben für den Herrn, in den kleinen Dingen, den Eltern zu gehorchen, dort, wo sie zum Beispiel Ordnungen aufstellen, zum Beispiel war das immer eine Ordnung, wir möchten gerne ein ordentliches Zimmer haben und wir haben uns das so angewöhnt, zum Beispiel unser Pyjama unter dem Kissen zusammenlegen und solche Dinge, das waren einfach so kleine Dinge. Und interessanterweise konnte uns unsere Mama sehr oft daran messen, wie unser geistliches Niveau so steht, wenn sie zum Beispiel mal das Kissen geschaut hat und da, wenn da so ein riesen Buschel war und alles ein bisschen darunter gestoppt, dann irgendwie war da mit Treue im Kleinen nicht so viel. Das war aber nur ganz ein kleiner Maßstab. Oder wie es unter dem Bett aussah oder dort hinter den Teddybären in dieser Ecke. Dort hat uns unsere Mutter immer gut messen können, wie es in unserer Beziehung zum Herrn so steht. Weil ich habe das selbst auch erfahren, wenn ich wirklich ganz eingenommen war vom Herrn, dann wollte ich alles wirklich so machen, dass es dem Herrn gefällt. Dann habe ich mir das überall so gedacht, wenn ich morgens aufgestanden bin, gleich meine Decke zusammengelegt, erstens sofort, wenn der Wecker geklingelt hat, aus dem Bett gestiegen, meine Decke zusammengelegt, mein Pyjama schön unter das Kissen gelegt und dann habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt, habe gebetet, habe Bibel gelesen und alles einfach, habe gespürt, wie er durch mich lebt. Und interessanterweise konnte uns unsere Mutter immer an den kleinen Berührungspunkten messen, die sie mit uns hatte und das bis heute. Ich bin heute eigentlich den ganzen Tag meistens außer Haus, im Betrieb oder auf der Schule, überall, wo sie gar nicht viel Einblick hat in mein Leben insgesamt, weil ich einfach nicht zu Hause bin und weil sie gar nicht alles überschauen kann. Aber es ist genau das, wo sie uns messen kann, wie wir im praktischen Alltag sind zu Hause. Und zwar nur in diesen fünf Minuten Begegnungen morgens, wenn ich runterkomme, kurz mein Frühstück mache und alles einpacke und weggehe. Da kann sie mich messen. Oder wenn ich abends nach Hause komme und noch viel zu tun habe und wenn wir uns dann gemeinsam an den Tisch setzen, da kann sie mich messen, wie ist unsere Gemeinschaft da untereinander. Oder tut er so, wie er das kürzlich gemacht hat. Und in diesen Tagen hat er mir da richtig gezeigt, um was es ihm geht. Und zwar habe ich immer gedacht, ja, das war als Kleiner, da muss einfach Treue im Kleinen sein und da funktioniert es im Großen auch. Und ich war immer begeistert, auch in vielen, immer gerne Gesprächen und so mit Gleichhaltung, mit Leuten auch auf dieser Tournee. Überall, sofort, wenn, ja, ich war einfach immer sehr gut zu haben, irgendwie einfach auszutauschen, mit Leuten zu sprechen, über das, was in meinem Herzen ja so drängt und so brennt, einfach darüber zu sprechen mit den Menschen. Ist alles gut und recht. Aber das Interessante war, wie mir der Herr in diesen Tagen wieder gezeigt hat, um was es ihm eigentlich geht. Es geht ihm gar nicht in erster Linie darum, wie viele Worte ich mache oder wie viel ich meine Begeisterung für ihn bekunde. Es geht ihm darum, dass ich dort in der Basis, am praktischen Alltag, zu Hause, dass ich dort, wo ich lebe, dass dort er mich regieren kann, dass ich dort wirklich reichgottesgemäß lebe. Und ich habe das oftmals ein bisschen aus den Augen verloren, vor lauter Begeisterung für den Dienst und für das. Habe immer den geistlichen Dienst in meinem Herzen getragen und gar nicht gemerkt, was mein Dienst eigentlich ist. Da hat mir der Herr mal, ich bin richtig verzweifelt darüber, das darf ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nämlich gespürt in den letzten Tagen wieder, Mensch, ich habe so kein Bewusstsein, auf was es dem Herrn ankommt. Das ist furchtbar. Ich habe mir das wieder selbst richtig eingestehen müssen. Obwohl, ich habe mir immer Mühe gegeben, mein Zimmer zu Hause, das ist ja nicht vergleichbar mit dem unter Gleichhaltung. Da ist alles eigentlich ordentlich so, mehr oder weniger. Ich erledige das meiste alles so. Aber es geht auch nicht darum, dass jetzt alles, es muss alles stimmen, sondern es muss in meinem praktischen Alltag, muss ich beginnen, eine Sicht dafür zu bekommen, was ist mein Teil in der untersten Basis. Dass ich zum Beispiel plötzlich sehe, aha, ich komme jetzt nach Hause. Es gibt Mittagessen. Und ja, ich schaue auf die Uhr, oh, du, wir müssen ein bisschen vorwärts machen da, ich muss dann schon bald wieder weg. Und dann setze ich mich hin und öffne mal eine Zeitschrift und blättere ein bisschen darin und merke gar nicht, hey, die Mama ist spult da. Die möchte vielleicht, dass ihr auch jemand hilft und kurz den Tisch deckt und kurz schaut, dass alle Kleinen sich versammeln. Das nenne ich die unterste Basis. Das meine ich, wenn ich davon spreche, wie sieht mein Gottesdienst im praktischen Alltag aus. Und dann merke ich plötzlich, ah, jetzt, ja, so bin ich, oder? Ich bin begeistert. Ich könnte auch in dieser Zeit irgendwo stehen und irgendwas erzählen über, ja, über den Glauben oder irgendwas. Ich habe das auch gemerkt. Ich habe das unwahrscheinlich einfach. Ich kann mit den Leuten, sofort bin ich im Gespräch auch mit Leuten, die ich nicht kenne, wenn ich zur Schule gehe. Ich bin immer am Predigen eigentlich, bin der Klassenprediger. Aber das schaut Gott alles gar nicht so richtig an. Er misst mich, wie ich zu Hause bin, in meinem Zimmer mit David zusammen. Dort misst er meinen Gottesdienst. Und da sehe ich, ich hätte persönlich die Energie, um einen Gebetskreis zu starten. Ich habe auch, ich habe zu Hause Jugendversammlungen mit den Jugendlichen, die zu uns in die Gottesdienste kommen. Und das fällt mir alles überhaupt nicht schwer. Da kann ich morgens um drei und vier Uhr aufstehen und vor dem Herrn kämpfen, als er mir eine Botschaft gibt für das jugendliche Volk. Und alles, das ist kein Problem. Aber er misst mich dort, wie mein Gottesdienst ihm gegenüber aussieht, wie ich zum Beispiel die geistliche Gemeinschaft habe mit meinem Bruder David, den ich seit 17 Jahren kenne. Im selben Zimmer, dort wo man lebt. Dort misst er mich. Und ich habe das erleben dürfen. Es kostet mich tatsächlich mehr Überwindung und Kraft. Zusammen morgens, das haben wir uns angewöhnt, David und ich, wir stehen morgens auf und beten gleich mal eine Viertelstunde und stehen ein für das Gesamte und beten zusammen und möchten einfach gerade von Anfang an mal von uns wegkommen. Aber es kostet mich tatsächlich, diese Viertelstunde kostet mich ein Vielfaches mehr, als wenn ich einen ganzen Tag Kinderstundenprogramm durchziehe und predige und die Jugendlichen, ja, die Jugendlichen vielleicht sogar erwecken kann. Es kostet mich mehr geistliche Überwindung, diese Viertelstunde wirklich im Sieg zu verbringen, als das andere. Und da sehe ich, der Herr misst uns am unmittelbaren Alltag, im unmittelbaren Umfeld. Ich kenne Familien, es gibt solche, ich habe kürzlich wieder von einer gehört, die haben sieben Jahre lang nicht mehr gemeinsam gebetet, aber waren eifrig daran, Pläne auszuhäcken, wie sie jetzt in die Mission gehen können, irgendwo nach Indien oder so. Ich meine, das Anliegen ist ja perfekt, aber zu Hause, zu Hause stimmt es gar nicht. Dort, wo der Herr wirklich schaut, da passt es nicht. Und das, ich habe mir immer gedacht, nein, das ist ja bei uns nicht so, wir beten zusammen, wir sind, auch wenn wir uns hinsetzen, an den Mittagstisch, meistens sind wir in geistlichen Gesprächen sofort verwickelt, aber der Herr misst mich daran, wie bin ich in meinem unmittelbaren Umfeld an der Basis, dort, wo es richtig handfest wird, dort, wo man nicht mehr spielen kann, dort, wo nicht alles so einfach ist, es ist so viel einfacher, beim Übernächsten zu beginnen, es ist so viel einfacher. Ich habe auch vor einem Jahr habe ich Leute in meinem Alter kennengelernt, gerade auf einer Sommertournee, und da Leute, mit denen es mir so unwahrscheinlich einfach fiel, einfach geistliche Gemeinschaft zu haben, möglichst viel Zeit zu verbringen. Und der Herr hat gesagt, lass es jetzt mal, lass es jetzt mal. Du sollst jetzt mal beweisen, dass es möglich ist, deine ganze Seele, einfach deine ganze Lebenskraft nicht beim Übernächsten zu vergeuden, sondern mal in deiner Familie zu beginnen. Das hat mich unwahrscheinlich was gekostet. Und ich habe gespürt, wie viel einfacher das wäre, mit allen, mit überall, geistliche Gespräche zu führen, überall. Aber der Herr hat mir gesagt, ciao Simon, das interessiert mich gar nicht, das ist mystisch. Da habe ich gesagt, was ist mystisch? Ich habe doch immer, ich habe doch immer genau über diese Dinge gesprochen, über die Basis. Und dann sagte er mir, weißt du Simon, du hast ja die Theorie über die Theorie, dass die Menschen die Theorie meistens nur theoretisch verstehen, oder so, hast du darüber gesprochen, aber es war auch wieder Theorie. und das hat mich unwahrscheinlich was gekostet. Ich habe gespürt, mein Leben soll praktisch sein. an der untersten Basis, dort wo der Alltag ist, dort tadellos, in gemeinschaftlichem Zusammenleben, dass ich nicht mehr einfach nach Hause komme und ein bisschen, ja, mein eigenes im Kopf habe und gar nicht spüre, was läuft drumherum. Ah, die Kleinen, die haben Streit, also Streit, in Anführungsstrichen, schlagen sich nicht die Köpfe ein, aber da, da wird ein bisschen so gegeneinander gekiffelt oder so, ich weiss nicht, wie man das im Deutschen sagt. Auf jeden Fall, war gerade kürzlich mal so eine Situation, wo ich gespürt habe, da bin ich jetzt gefragt. Im Auto zum Beispiel, wo wir an einen Einsatzort gefahren sind, die Kleinen haben sich da untereinander gestritten, werden besser einen Platz gekriegt. Und ich habe gespürt, jetzt, das ist die unterste Basis. Nicht dann, wenn ich wieder auf der Bühne stehe, das hat kein Gewicht. Jetzt ist die unterste Basis, da sieht mir Gott jetzt auf die Finger, was tue ich jetzt? Dann spüre ich, da wird es handfest. Gehe ich jetzt einfach hin und sage, ja, jetzt hört mal auf da, setzt euch mal auseinander und so. Oder gehe ich hin und sage, ja, Jungs, jetzt beruhigt euch mal, das kommt schon, ja, irgendwie sowas. Was tue ich jetzt? Und dann habe ich plötzlich gespürt, Beziehung zu Gott, Gleichbeziehung untereinander. Also die Kleinen, die scheinen keine Beziehung zu Gott zu haben, wenn sie untereinander streiten, oder? Das ist mal ganz klar. Okay, setzt euch jetzt mal auseinander und beginnt mal zu beten, habe ich ihnen gesagt. Beginnt mal zu beten, wir haben einen Einsatz vor uns, das sollte euch nicht egal sein. Okay, da haben sie sich auseinandergesetzt, haben begonnen zu beten und auf der Stelle war der Unfriede aus unserem Auto geschaffen. Und so erlebe ich das, so erleben wir das als Familie. Es ist eigentlich ganz einfach, den Frieden zu behalten untereinander. Aber das Problem ist, dass man gar nicht so richtig merkt, wo der Unfriede immer wieder genau reinkommt. Ja, ich habe gespürt, der Herr hat mir während dieser Tournee ziemlich etwas ins Bewusstsein gerufen. Hat mir gesagt, du warst sehr eifrig für mich, Sion. Okay, aber, weißt du, ich habe dich ein bisschen an anderen Orden gemessen und da hast du schlecht abgeschnitten. Das hat mir wehgetan, habe ich gedacht, Mensch, jetzt hast du Wochen investiert, für tausende von Menschen insgesamt und dann sagt der Herr, ja, weißt du, ich habe einen anderen Ort gemessen. Und dann habe ich gespürt, wo er gemessen hat. Zum Beispiel hat er gemessen, wie oft ich meine Bühnenmanuskripte liegen gelassen habe oder wie oft ich zum Beispiel, was war da alles, irgendwas liegen gelassen habe oder irgendwo ein Treffen unter dem Bühnenteam versäumt habe, weil ich in Gesprächen war, natürlich. Aber genau da hat er mir gezeigt, Simon, es kommt mir nicht darauf an, was du alles sagst und wirkst und du könntest überall hinrennen, sondern ich habe dich da gemessen, an diesem Punkt hast du schlecht abgeschnitten. Insgesamt. Du hast dir das nicht wirklich ganz zur eigenen Sache gemacht. Und dann habe ich gespürt, ich war enttäuscht eigentlich, ein bisschen resigniert zuerst und dann habe ich aber gespürt, das ist äußerst heilsam für mich, weil lieber ich beginne jetzt zu sehen, wo der Herr seine Maßstäbe ansetzt, als wenn ich am Ende meines Lebens da an der Himmelspforte ankomme und merke, da passe ich gar nicht durch oder irgendwie hat der Herr ganz anders gemessen oder er hätte irgendwas anderes von mir gewollt, das ist dann Resignation, das weiß ich. Da hat man dann allen Grund zur Resignation. Und jetzt habe ich gespürt, ah, der Herr hat andere Maßstäbe, okay, dann werde ich darauf eingehen, dann mache ich das ganz zu meiner Sache, dann möchte ich zum Spezialist in der untersten Basis werden. Okay, möchte ich, und das möchte ich auch hier öffentlich festmachen, und ich werde das tun und ich werde das schaffen. Jawohl, ich bin fett überzeugt, egal wie oft, dass es nicht geklappt hat, aber ich werde das zu meiner eigenen Sache machen. Aber ich möchte festmachen, ich möchte dort investieren, wo der Herr die Investition sehen möchte. Ich möchte dort alles geben, wo er es möchte. Und dann weiß ich, dann wird er mit mir vorwärts gehen, er wird mich gebrauchen können, aber sonst wird er immer, wird er mich immer irgendwie, ja, aufhalten müssen, ja, sieh mal jetzt machen, nur nicht zu schnell, nur nicht zu schnell, ich werde dann überall spüren, wie ich überall anecke, nur weil ich nicht dort investiere, wo er es genau, ja, möchte bei mir. Ja, in meinem Lied habe ich geschrieben, immer bist du nah zu erfahren, wenn ich selbst nicht fern von dir bin, tief in mir höre ich deine Stimme, wenn ich sie auch hören will. Und diesen Aspekt, der liegt mir abschließend noch auf dem Herzen. Wir können Gottes Stimme immer hören. Und das, was ich jetzt von mir erzählt habe, ich bin überzeugt, das ist eine große Krankheit der Christenheit. Man möchte alles für den Herrn tun, aber ist nur nicht bereit, dort auf den Herrn einzugehen, wo er spricht. Es ist furchtbar, aber wir können das erleben, mit Hunderten von Menschen, mit Tausenden insgesamt. Die Christen haben alles andere im Sinn, als das, was der Herr eigentlich mit ihnen möchte. Und es gibt so viele, die dann vor einem Bankrott stehen, die irgendwie sehen, ja, ich habe den Herrn verloren, irgendwas funktioniert bei mir nicht mehr. Und sagen, ja, der Herr ist weg, ich kann seine Stimme nicht mehr hören, was läuft eigentlich. Aber, eigentlich kann jeder von uns die Stimme Gottes hören, jeder einzelne von uns. Nur wollen wir sie nicht hören, das ist das Problem. Wir wollen die Stimme Gottes gar nicht hören, weil er könnte ja etwas sagen, was mir nicht passt. Er könnte ja genau sagen, jetzt beginnt da in der untersten Basis mal, dich dort unterzuordnen, oder dort den Eltern zu gehorchen. Das ist uns äusserst unangenehm, das weiss ich. Aber es wird so lange nicht weitergehen, bis wir das akzeptieren, und sagen, jawohl, ich tue das. Und dann, wenn wir darauf eingehen, dann dürfen wir erleben, wie ich das auch in meinem Lied singe, wenn ich dir nahe bin, und wenn ich an deiner Seite stehe, wenn ich an deiner Seite gehe, wenn du an meiner Seite stehst, dann schlägt es höher in mein Herz, dann hüpft und springt es in mir, dann könnte ich jauchzen, dann könnte ich springen, aus innigster Liebe zu dir, weil ich spüre, jawohl, jetzt bin ich dort, wo der Herr mich haben möchte. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Immer bist du nah zu erfahren, wenn ich selbst nicht fern von dir bin. Tief in mir höre ich deine Stimme, wenn ich sie auch hören will. Wenn du mir nahe bist, wenn ich an deiner Seite gehe, wenn ich dir nahe bin, dann schlägt es höher in mein Herz, dann hüpft und springt es in mir, allein als innigster Liebe zu dir. dann schlägt es höher in mein Herz, dann schlägt es höher in mein Herz, dann hüpft und springt es in mir, allein als innigster Liebe zu dir. Wir lieben dich, wir weisen dich, wir ehren dich mit allem, was wir sind. In deinen Händen liegt unser Leben, unser Herz ist klein. Wenn du mir nahe bist, wenn du mir nahe bist, und ich an deiner Seite gehe, wenn ich dir nahe bin, und du mir zur Seite stehst, dann schlägt es höher in mein Herz, dann hüpft und springt es in mir, allein als innigster Liebe zu dir. dann schlägt es höher in mein Herz, dann hüpft und springt es in mir, allein als innigster Liebe zu dir. im Auftrag des ZDF von Brink und im Auftrag des ZDF ist schlägt es in mir, immer nixsterLES. Und ich will nie in mein Herz, dann schlägt es unterieur Unapp Algerisch, wenn du mirispiels 준 und sprach ein cruise, Immer bist du nah zu erfahren Wenn ich selbst nicht fern von dir bin Tief in mir hör ich deine Stimme Wenn ich sie aufhören will Jan Hinoch macht weiter Also mein Lied heisst von den schwarzen Herzchen Wo sie den Herrn Jesus getötet haben Und da Ich habe zu Hause so ein Heftchen Von den schwarzen Herzchen Nachher habe ich da drin Ein Lied geschrieben Wo sie den Herrn Jesus getötet haben Und er ist für unsere Sünden gestorben Dass wir sein Leben können haben Ich werde das Lied noch kurz übersetzen Weil es ist auch auf Schweizerdeutsch Als der Herr Jesus auf diese Erde runtergekommen ist Haben die schwarzen Herzen ihn einfach getötet Und es wurde eine Brücke aus Blut Dass die schwarzen Herzen darüber gehen können Und zu Gott beten können Und es wurde eine Brücke aus Blut Dass die schwarzen Herzen darüber gehen können Und dass sie ganz weiß werden können So war ich früher auch einmal ein schwarzes Herzchen Und jetzt ist es ganz weiß geworden Weil ich über die Brücke von Jesus gegangen bin Die er aus seinem Blut für mich gemacht hat Weil er für mich gestorben ist Wo der Herr Jesus auf die Erde nachher geucht Hat die schwarzen Herzen ihn einfach getötet Wo der Herr Jesus auf die Erde nachher geuchtet Hat die schwarzen Herzen ihn einfach getötet Und es ist ein Brücke aus Blut Dass die schwarzen Herzen können drüber gehen Und es ist ein Brücke aus Blut 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 Dass die schwarzen Herzen können drüber gehen Und es ist ein Brücke aus Blut Und es ist ein Brücke aus Blut So bin ich früher noch auch einmal ein schwarzes Herbst g'si und inzwischen ein ganz weiss g'si wurde. So bin ich früher noch auch einmal ein schwarzes Herbst g'si und inzwischen ein ganz weiss g'si wurde. So bin ich früher noch einmal ein schwarzes Herbst g'si und inzwischen ein ganz weiss g'si. So bin ich früher noch einmal ein schwarzes Herbst g'si und inzwischen ein ganz weiss g'si. So bin ich früher noch einmal ein schwarzes Herbst g'si und inzwischen ein ganz weiss g'si. Auch diese Beziehung nicht alleine am Morgen, sondern in erster Linie im Alltag. Ich habe letzte Woche, nein das war etwa drei, vier Wochen, war das so, dass ich einfach irgendwie nicht mehr wusste, wo ich dran bin. Am Morgen, ich mache die stille Zeit und so, ja okay, habe mir was aufgeschrieben in meinem stillen Zeitbuch. Und dann habe ich im Tag irgendwie, wie Gott verloren, irgendwo an ihm vorbeigelebt. Und das ging etwa so drei Tage und dann habe ich mich immer wieder reingeschickt und gebetet und gebetet. Herr schafft das Anliegen in mir, ich will nicht so leben, das ist keine Herrlichkeit. Das ist Krampf, das ist mühsam und ja, es hat mich echt ein wenig angeguckt so. Aber ich habe nicht gefunden, ich habe nicht rausgefunden, was los ist, was es ist, dass, ja, weshalb das so ist. Und dann eines Abends, als dann wirklich das Mars voll war, bin ich dann einfach rausgegangen, habe gebetet und gesagt, Jesus, sprich, ich will hören, was willst du mir sagen mit dem, weshalb bist du mir fern, weshalb spüre ich dich nicht mehr im Alltag. Und dann konnte ich mich plötzlich zurückerinnern an einem Abend, als ich mit Papa und den Kindern am Tisch saß, als wir da zusammen am Tisch saßen und da haben wir zusammen gesprochen und da habe ich von Gott einen Impuls gekriegt durch Papa. Er hat gesagt, Arthur, er ging früher mit ihm zur Arbeit, er hat immer sich zu Gott gestellt, hat ihn bekannt. Wenn sie geflucht haben, hat er gesagt, das ist Sünde, hat die Sünde angesprochen und ist einfach Gott treu nachgefolgt. Das hat mich so angesprochen und ich habe so ein Verlangen gehabt, ich möchte auch so werden, ich möchte Gott auch bekennen. Und ich habe gemerkt, dass dieser Impuls, ups, was ich, okay, ich habe gemerkt, dass es genau der Impuls ist für mich, der Prozess, wo ich dran bin. Aber dann, im Alltag habe ich das irgendwie vergessen, nicht mehr darauf eingegangen, nicht mehr am Punkt gewesen, wo er mich haben wollte und es kam wie ein Nebel und einfach, ich war einfach fern von Gott, weil ich nicht am Punkt war, wo er mich haben wollte. Und das hat sich dann so rausgezogen, bis ich dann einfach eines Morgens gesagt habe, so, jetzt ist Schluss mit der Menschenfurcht, jetzt mache ich gleich heute Schluss, ich bin nicht mehr bereit, im Tod zu leben, Tod, einfach, ich möchte wieder ins Leben zurück. Dann habe ich dann einfach, im Alltag habe ich Gott gefragt, Jesus, führe mich an die Situationen heran, wo willst du durch mich wirken, wem willst du sagen, wem willst du etwas durch mich sagen. Und dann waren da ein paar Situationen, da haben Kollegen von mir geflucht und so weiter. Und dann war ich mit meinem Kollegen, wir waren gleich in der Schule, waren wir draußen in der Mensa, haben dort für den Lehrer etwas gemacht und dann hat er so begonnen und gesagt, ja, weißt du, wenn ich Geld hätte, also weißt du, wenn ich die Tochter meines Chefs zur Frau hätte, boah, ich sagte, dann hätte ich Kohle, dann hätte ich eine coole Frau, so hat er dann mit mir gesprochen. Und so, ich war, ich habe dann gesagt, ich habe nur gesagt, du, ich glaube, es gibt Wichtiges im Leben. Und er schaut so und dann, ja, okay, haben wir weitergearbeitet und dann kam er wieder mit etwas, du, hey, wir haben ein Auto in der Bude. Und irgendwie so hat er gesagt, wenn ich das hätte, boah, du, ich sage dir das, entschuldige, wenn ich das hätte, dann hätte ich wirklich etwas Gutes und erlöhnt es doch. Und nachher habe ich ihm wieder gesagt, du, ich glaube, es gibt etwas viel Besseres, aber er hat nie etwas nachgefragt und ich habe gesagt, Jesus, wirke du doch mich, wirke du doch mich. Ich möchte auch hier Farbe bekennen, ich möchte mich zu dir stellen. Und dann, als er nochmals irgendwas herausgelassen hat und ich habe es ihm wieder gesagt, du, ich habe etwas Besseres gefunden. Er hat gesagt, ja, was hast du denn gefunden? Und so hat er mich dann so ein bisschen angemöbelt und dann angepöbelt. Und dann habe ich ihm am Anfang nichts gesagt. Und dann hat er richtig gestürmt und gesagt, komm, jetzt sag es. Ich verstehe das schon, was du meinst, dann sag es jetzt. Und dann habe ich gesagt, ja, was denkst du, das könnte das Wichtigste sein? Und so hin und her und hat einfach nichts gefunden. Und am Schluss habe ich gesagt, das Wichtigste in meinem Leben ist die Beziehung zu Gott. Und dann hat er gesagt, ja, das ist klar, ich meine, ich sehe Gott in jeder Frau und so. Er hat mich da ein bisschen rausgefordert. Aber Tatsache ist, dass genau von dieser Situation an hat der Geist übernommen. Und dann ging es gleich Schlag auf Schlag. Da kamen all meine Kollegen und ich dachte, oh nein, weshalb muss ich das gleich jetzt sagen? Jetzt, wo die kommen, jetzt geht das Thema sicher weiter. Und prompt, da kommt mein Kollege, mit dem ich vorhin gesprochen habe, geht zu einem hin und fragt, ja, was ist denn in deinem Leben das Wichtigste? Und der sagt, ja, was hat er gesagt irgendwie, ja, hat auch Frauen und alles Mögliche so. Und dann kommt er so zu mir und sagt, schau, niemand findet das das Wichtigste als Wichtigstes, was du am wichtigsten findest. Und dann haben sie mich gefragt, was findest denn du am wichtigsten? Und dann ging es gleich Schlag auf Schlag. Und seit dort, jedes Mal, wo ich in der Schule bin, jeder Tag, kommt irgend so eine Situation, wo ich ihn bekennen kann. Und das Schöne vor allem habe ich gefunden, dass genau dort wieder der Lebensstrom angefangen hat, wo ich wieder in seinen Wegen war, wo ich wieder dort war, wo er mich haben wollte. Das war dann auch weiter in unserer Bude. Ich mache eine Lehre als Automechaniker. Und das war dann so, da hatte ich immer ein wenig Angst, weil ich wusste, mit denen bin ich immer zusammen. Da kann ich mir nicht viel leisten, oder? Und dann war es aber so, dass wieder der gleiche Tod, wieder die gleiche Gottferne kam, weil ich nicht am Punkt stand, wo er mich haben wollte. Er wollte etwas von mir und ich stand daneben. Ich habe mir heute im stillen Zeitbuch so einen Stuhl gezeichnet und einen Menschen, der verkrampft, da hängt neben dem Stuhl und betet, dass Gott das Anliegen schafft, dass Gott ihm wieder Freude gibt. Aber Gott, wie das sich auf den Stuhl setzt. Ich habe mir das so aufgeschrieben, dass ich mir das merken kann. Wenn ich nicht am Punkt bin, wo er mich haben will, dann ist einfach kein Leben mehr. Und das habe ich auch in der Bude überall gemerkt, wo ich mit dem Chef zusammenarbeitete. Also der begann zu fluchen da. Wir haben eine kleine Arbeit gemacht, da hat er geflucht. Und ich war am Anfang so überfordert und habe gedacht, das kannst du jetzt nicht machen. Ich meine, das ist doch mein Chef, das ist mein, der, ja, das hat mein Chef. Und als er dann, als ich dann merkte, wie das Leben wieder wegging, da habe ich gesagt, so, jetzt stelle ich mich zu dir, Jesus. Und als er das nächste Mal geflucht hat, habe ich es ihm einfach gesagt, Fluchen, das ist nicht gut, es ist Sünde. Und nachher ging gleich da das Gespräch los. Und immer wieder, er kam nicht mehr von dem weg, war gleich konfrontiert und es ging weiter und weiter. Ja, und so ging es immer weiter, aber ich spüre, dass es nicht nur an diesem Ort ist, sondern überall, wenn Gott etwas von uns will, und wir gehen nicht darauf ein, wenn wir nicht auf die Stimme hören, nicht darauf hören, was er von uns will, was er von uns möchte, dann sind wir automatisch außerhalb von ihm. Dann haben wir nicht mehr diese Herrlichkeit. Das habe ich auch einmal gespürt im Alltag, ich weiß nicht genau wann es war, irgendwo, irgendwann vorletzte Woche oder so, da war ich auch irgendwo bei der Arbeit und plötzlich kam mir eine Sünde in den Sinn, die ich früher mal begangen hatte. Ich habe gespürt, die trennt mich jetzt von Gott irgendwie. Ich habe gemerkt, hier legt Gott jetzt den Finger drauf, hier will er, dass ich auf seine Stimme höre. Und dann hat es mich eigentlich nicht so freut, ich wollte es nicht gleich auf diese Stimme hören, habe gedacht, das ist jetzt schon gut, und habe, wie ich es hier aufgezeichnet habe, eigentlich neben dem Stuhl ihn gesucht. Dabei hat er mir gezeigt, hier, bring das ans Licht, diese Sünde, die du früher mal begangen hast. Und ich konnte nicht leben, ich hatte kein Leben mehr in mir, bis ich es gesagt habe. Ich bin zu Papa gegangen und habe gesagt, bis hierher, ich habe alles gelassen, um der Herrlichkeit, um Gottes Willen. Ich will jetzt auch das nicht zurückhalten, dass es mich nicht zurückbindet. Und habe es ihm gesagt, und von dieser Sekunde an war wieder Herrlichkeit. In meinem Leben war es wieder Friede, wieder Freude, wieder Freude in Gott. Es war so speziell, ich war auch letzte Woche wieder, war ich nicht am Punkt, ich habe am Morgen verpennt und bin liegen geblieben und war einfach irgendwie fernab. Ich wusste gar nicht so recht, was abgeht. So zwei Tage lang, oder ja, zwei Tage. Und dann habe ich einfach umgekehrt zu gesagt, ich habe einfach, ich halte es nicht mehr aus in der Sünde, ich komme von mir selber aus wieder ins Leben. Und es ist tatsächlich so, am nächsten Tag, ich bin aus dem Bett gesprungen und habe gesagt, Herr Jesus, weil ich das Leben will, stehe ich jetzt auf, stehe ich gleich jetzt auf und gehe nicht meinem eigenen nach, sondern suche dich jetzt als erstes, fülle mich auf und mach mich bereit, dass ich im Tag auf deine Stimme hören kann und unablässig im Strom des Lebens sein kann. Und genau, und als ich das gemacht habe, ich habe nur noch getanzt in der Bude, im Klo und überall, ich bin nur noch rumgehüpft vor Freude, weil es ist einfach eine Freude, es war eine Freude in mir, die mich getragen hat. Früher war es oft so, dass ich immer bitten musste, irgendwas machen musste, aber das muss ich nur, wenn ich nicht am Punkt bin, wo er mich haben will. Wenn ich dort bin, wo er mich haben will, dann trägt mich das Reich, dann freue ich mich in ihm. Aber sobald ich nicht mehr auf die gute Stimme höre, auf ihn, dann geht es wieder in den Krampf, oder? Und mich hat einfach eines berührt und auch für diese Tournee möchte ich einfach eigentlich euch allen, egal wo ich bin, etwas ans Herz legen, weil ich habe so gespürt in meinem Leben, es ist die Sünde, die uns von Gott trennt, wie es Simon schon gesagt hat. Es ist die Sünde, die Gott forthaben möchte. Er sagt, er kann nicht leben, wenn eine Sünde zwischen mir und Gott ist. Wenn ich sündige und ich weiß, es ist nicht gut und es ist nicht am Licht und er sagt mir, ich soll es ans Licht bringen. Ich kann nicht leben, bis ich es ans Licht gebracht habe. Es fährt so der Tod ein, bis ich alles am Licht habe, bis ich einfach wie ein Kristall, wie klares Wasser, durchschaubar bin. Dann kann mich Gott gebrauchen, dann kann er mich gebrauchen, wo ich bin. Aber sobald eine Sünde ist, ich kann mich nicht mehr freuen in ihm. Ich kann weder tanzen noch hüpfen, mich freuen in ihm, bis ich auf ihn eingegangen bin. Egal, wo bei dir der Punkt ist. Ich möchte nur dir ans Herz legen, lass doch alles, egal was es ist, was dich von Gott trennt, schaff es zur Seite, dass du ihn hast, damit du das Leben hast. Denn wenn du das zur Seite schaffst, was Gott will, dass du zur Seite schaffst, dann kommt das Leben. Und um dieses Leben zu behalten, habe ich mich einfach entschieden, alles zu lassen. Egal, wo Gott mir als nächstes den Finger drauf legt, dann lasse ich auch das noch von Herzen. Weil es ist keine Qual, wenn ich es tue, dann habe ich nicht nur Freude, sondern habe ich auch das Gelingen. Dann beschirmt er mir, das habe ich auch gelesen, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Er beschirmt mich dann und hilft mir dann, wenn ich auf seine Stimme höre, dann beschirmt er mich unablässig, schenkt Gelingen, wo ich bin, egal wo, ich weiß nur eines, der bessere Weg ist der, wo wir überwinden, wo wir kurz überwinden, diese kleine Überwindung machen, dann haben wir das wahre Leben. Und eben, mein Lied handelt auch um dieses Thema, eigentlich um den Sinn meines Lebens, um den Sinn, weshalb ich geschaffen bin, ich bin nicht dazu geschaffen, etwas über Gott zu wissen, wie es Simon schon gesagt hat, sondern in Tat und Wahrheit, das zu tun, was er von mir möchte, was er von mir will. Dazu bin ich geschaffen, es zu tun, nicht darüber zu sprechen, denn wenn ich darüber spreche, alleine, wenn ich in der Schule spreche, darüber, über ihn, über Gott, es ist keine Kraft, aber wenn ich es tue, in der Schule, ich habe so gespürt, wir machten einen Ausflug als Schule und da drehte alles nur um eines, um Frauen, um Frauen, um Frauen und nochmals um Frauen, überall so nachgeschaut und ich ging einfach durch und nachher habe ich immer wieder meine Kollegen beobachtet, wie sie so haltlos waren und überall hinschauen mussten und ich ging einfach durch und die Kollegen haben mich immer wieder so angeschaut und man hat mich ja mal eben gefragt, ja schaust du, nicht den Mädchen nach da, weshalb nicht und so und es kommt einfach, wenn man geradlinig Gott gehört, dann bringt es auch Frucht, dann kann Gott einen gebrauchen für sein Reich, um seinen Willen zu tun, ja und das will ich und für das lebe ich, ich lebe dafür, dass ich seinen Willen tue, sein Wille und mein Eigenwille zurücklasse, all mein Eigenes einfach an zweiter Stelle habe oder an letzter Stelle und alles Einbüße um des Lebens willen, okay, dann möchte ich jetzt dieses Lied singen und einfach euch bitten, dass ihr an dem Punkt, wo Gott bei euch den Finger drauf legt, dass ihr dort nicht ausweicht, sondern dort reingeht und dann, dann kann Gott euch verwandeln in sein Bild, in seine Herrlichkeit, ich gönne euch solche Kinder, ihr könnt solche Kinder haben, wenn ihr das tut, was wir sagen, habt ihr solche Kinder, ich geniesse das, ich sage dir, das ist für mich einfach alles schlicht, zu seinem Style etwas, ihr merkt, die Musik ist ganz verschieden, ich habe diese Musik arrangiert, ich bin also verantwortlich für die Art der Musik und sein Lied ist, ich sage mal ein bisschen ein Stück reflektiert, ist einfach seinen Typ, ich versuche immer wieder auch die Musik ein bisschen mit dem Typ, so wie ich die Kinder erlebe, ein bisschen kongenial zu gestalten, also die Zarten eher zart, die anderen eher mit Power und ich möchte einfach bitten, dass ihr hier auch auf diesem Punkt, was jetzt Musik, Style und so weiter, überhaupt Äußeres betrifft, dass ihr hier mit uns mitdenken lernt, dass wir die Herrlichkeit Gottes unterscheiden von allen äußeren Formen. Sein Lied ist ein richtiger Rock, ein richtiger Rockstück. Als Christ normalerweise, früher, ich habe selber im alten Leben Rockmusik gemacht, dann habe ich das ganz abgelegt, natürlich mit meiner Bekehrung, das hat nichts mehr mit meinem Leben zu tun gehabt, weil der ganze Inhalt der Rockmusik war eben Stein, es war Tod. Und dann kam ich unter die Christen und dann sagt man natürlich, Rockmusik ist vom Teufel, also dann habe ich gesagt, Rockmusik ist vom Teufel und habe das auch immer so erlebt, wenn ich mit Rockmusik zu tun hatte, dann spürte ich, wie mir ein Geist entgegenschlägt, wie mir die Herrlichkeit Gottes raubt, also lasse ich das. Mit den Jahren habe ich aber gespürt, die Christen liegen sich wegen all diesen Äußerlichkeiten in den Haaren und plötzlich merke ich, dass ein großer Unterschied besteht, Inneres und Äußeres. Das, was die christliche Rockmusik, die typische stinkend macht, zu Recht stinkend macht, ist die Rockgesinnung dahinter. Und ich habe ganz bewusst diese Lieder so konstruiert oder arrangiert, dass sie fast von allen Elementen so die verschiedenen Styles beinhalten. Und ich bitte dich jetzt, wenn du heute hier bist, öffne jetzt dein Herz und erkenne, dass das Unreine, das Innere ist, wenn er ein unreiner Mensch ist, dann ist auch das Lied unrein. Aber ich sage dir, das Lied ist auch unrein, wenn er jetzt eine Aria singen würde, hier vorne. Das Lied wäre unrein, wenn wir hier A Cappella singen würden. Aber wenn er andererseits dieses Herz hat, das ihr jetzt gespürt habt, dass er ganz in Christus verwurzelt ist und lernt, im Strom des Lebens mit Christus zu wandeln, werdet ihr spüren, wenn er in dieser Reinheit dieses Lied singt, dann ist der Style gereinigt. Das müssen wir gut unterscheiden lernen. Wenn wir endlich begreifen, was die Herrlichkeit Gottes ist, was das Leben Gottes ist, dann können wir nicht mehr an äußeren Formen stehen bleiben. Ich habe beim Arrangieren immer so begonnen, dass ich zuerst den ganzen Chor aufgebaut habe für die CD und dann hörst du nur die Stimmen singen, dann sitze ich da und denke, wunderschön, warum machst du eigentlich Musik dazu? Dann sage ich, ja genau deshalb, wenn wir hier A Cappella singen würden, dann können wir einen kleinsten Teil der Menschen so richtig befriedigen, die könnten nachher kommen und sagen, das war jetzt mal richtig geistliche Musik. Mach doch nur noch solche Musik, denn das ist geistliche Musik. Und ich sage, die geistliche Musik ist das, was aus dem Herzen kommt. Wenn wir gereinigt sind, dann ist das geistliche Musik, ob wir einen Rock vom Stapel reißen und einen Country wie bei der kleinen Anna Sophia oder nimm was du willst oder eine Ballade, es spielt keine Rolle, es ist geistliche Musik, weil wir geistlich sind, weil wir nicht die Rock, weil wir nicht unser Leben im Rhythmus als solches haben, sondern in ihm. Und ich sage dir, er ist der Gott, der Donner und Blitz geschaffen hat. Er ist der Gott, der Sonne, Mohn und Sterne, der den Regen und alles geschaffen hat, die Schmetterlinge sowie die Raubtiere. Er ist ein Gott der äußersten, ich sage mal, Ergänzung, Gegensätze, die in ihm vereinigt sind. Also das bitte ich, dass wir das lernen als Christen, die Herrlichkeit Gottes und das Leben Gottes ist der Maßstab der Heiligkeit der Gegenwart und alles andere hat sich dem unterzwohlen und zu verschwinden. Also singt ein Rockstück. Halleluja. Was ist der Sinn meines Lebens? Oh, ich suche ihn oft Vergebens in meinen eigenen Dingen, die mich noch immer so binden. Wo find ich halt, wo das Leben? Wo find ich Kraft und den Segen? Wo liegt Erfüllung des Sinnes? Was ist der Sinn meines Lebens? Denn du, du bist mir Kraft und Segen. Du bist mir Halt und Leben. Du bist Erfüllung meines Sehens. Du bist der Sinn meines Lebens. Du bist Erfüllung meines Sehens. Du bist der Sinn meines Lebens. Was hat mein Leben für Sinn, wenn ich nicht jetzt schon beginne, mit deiner Kraft zu rechnen, mit mir und allem eigenen zu brechen? Was hat mein Leben für Sinn, wenn ich nicht jetzt schon beginne, mit deiner Kraft zu rechnen, mit mir und allem eigenen zu brechen? Denn du, du bist mir Vision und Leben. Du, du kannst Schuld vergeben. Du, du bist alles, alles in allem, dir nur, Herr will ich gefallen. Du, du bist alles, alles in allem, dir nur, Herr will ich gefallen. Du, du bist alles, alles in allem, dir nur, Herr will ich gefallen. Also, dann singen wir jetzt vielleicht noch kurz vor der nächsten Pause das Lied von Elias. Er sagt vielleicht selber noch was dazu. Ja, mein Lied heißt Glaube und mich haben schon früher, natürlich auch noch heute, die Glaubenshelden, also Abraham und einer dieser war auch Henoch und ich habe mich immer so gewundert, wie kann da eigentlich den ganzen Tag immer voll im Glauben darin sein, weil ich habe bei mir gemerkt, zum Beispiel, wenn nur eine Unordnung im Zimmer ist, denke ich, oh nein, das wird nichts werden oder wenn nicht gleich. Wenn nicht gleich Josch von mir gehockt oder wenn eine große Prüfung kommt oder ich mir Vorsätze nehme, dass ich dann das will und auch funktioniert es nicht. Überall falle ich wieder in Unglaube und ja, und dann habe ich so ein Lied über das gemacht. Ja, das wird es dann gleich kommen. Klaube, Klaube, ja Klaube wie Abraham. Klaube, Klaube, ja Klaube wie Abraham. Denn durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen. Glauben, glaube, 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 ja Klaube wie Henoch. Glauben, glaube, 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 ja Klaube wie Henoch. Denn durch Glauben war Tenoch, weil er mit Gott gegangen entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Denn durch Glauben war Tenoch, weil er mit Gott gegangen entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Glauben, glaube, glaube, ja Klaube wie Abraham. Glauben, glaube, 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 ja Klaube wie Abraham. Glauben, glaube, glaube, ja Klaube wie Abraham. Denn durch Glauben brachte Abraham, als er Gott Opfer brachte von Herzen, ein besseres Opfer als kein. Glauben, glaube, ja Klaube wie Abraham. Denn durch Glauben brachte Abraham, als er Gott Opfer brachte von Herzen, ein besseres Opfer als kein. Glauben, glaube, ja Klaube wie Abraham. Vielen Dank. Wie die Kraft der Herrlichkeit Gottes in ihrem Leben erlebt, möchte das bisher Gesagte nochmal auf diesen Punkt zusammenbinden oder zusammenfassen. Wir kommen nicht mit einer Theologie, wir kommen nicht mit einer Lehre, mit einer Gesetzeslehre, auch nicht mit einer neutestamentlichen. Ich sage nicht, das sollst du tun und das sollst du lassen. Was wir bezeugen, ist eine wirksame Kraft des Lebens. Die Heilige Schrift nennt es das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Er, der auch Verstandene, lebt in unserer Mitte und da, wo er ist, da ist Leben. Wir sahen seine Herrlichkeit, sagten darum die Apostel. Wir haben ihn betastet und später sagen sie, wir kennen ihn nun nicht mehr nach dem Fleisch, aber er ist uns geoffenbart worden. Sein Leben ist in uns. Sie sagen, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist, ergänzt Paulus. Und darum möchten wir, dass ihr mit uns Gemeinschaft habt, indem ihr mit ihm Gemeinschaft habt. Aber diese Gemeinschaft ist ein Sich-Orientieren an der Kraft, an der Gegenwart Gottes. Nicht allein am Buchstaben. Der Buchstabe des Wortes Gottes, der Bibel, ist immer identisch damit. Das ist ganz klar. Es ist nicht ein Widerspruch zur Bibel, nicht ein Widerspruch zur Theologie, in dem Sinne. Nur ein Widerspruch zur falschen Theologie. Immer wieder erleben wir, wie Menschen in den Kirchen gelehrt wird, ihr habt das ewige Leben. Und sie verstehen darunter ein juristisches Anrecht, einmal in den Himmel zu kommen. Aber so hat die Bibel nie geredet. So hat Jesus nie geredet. Von ihm heißt es, er ist das Leben. Das Leben ist erschienen. Und ihr habt das ewige Leben, sagen die Apostel, nicht, weil sie juristisch ein Recht bekamen, in den Himmel zu kommen, sondern weil das erschienene Leben auf sie gekommen ist. Wer Jesus hat, der hat das Leben, sagt die Heilige Schrift. Ich könnte es wieder mit den anderen Begriffen austauschen. Wer Jesus hat, der hat diesen göttlichen Frieden, der hat diese göttliche Kraft, der hat diese Dimension der Herrlichkeit Gottes in seinem Leben, um sein Leben herum. Wenn du diese Dimension nicht kennst, hast du auch das ewige Leben nicht. Denn wir sind im Besitz des Lebens, das geoffenbart wird, bis es ganz sich durchgesetzt hat, bis alles wie im Himmel so auch auf Erden ist. Und wenn du dieses Leben nicht greifbar besitzt, ich bin geneigt zu sagen, fühlbar, obgleich das irreführend ist, es ist mehr als Gefühl, es ist eine Gegenwart. Wenn du die Gegenwart dieses Lebens, die Gegenwart dieser Kraft, die Gegenwart dieser Wahrheit, dieser Wirklichkeit, dieses göttlichen Friedens, dieses Lebens eben nicht hast, hast du auch das ewige Leben nicht. Also wir sind kraftorientiert, göttlicher Frieden orientiert. Der Friede ist der Schiedsrichter und davon wird auch Lois aus ihrem Leben zeugen. Das erleben wir vom Kleinsten bis zum Größten in unserer Familie. Das ist der Maßstab, ob er da ist oder nicht da ist. Möge er dir die Worte geben, das darzulegen. Gut, ich bete vielleicht zum Anfang noch. Jesus, ich danke dir jetzt auch für den letzten Teil, den wir miteinander verbringen dürfen. Ich bitte dich einfach, dass du auch Konzentration schenkst, auch wenn wir jetzt schon länger dran sind. Amen. Gut, ich möchte ein bisschen darüber erzählen, wie es zu meinem Lied gekommen ist. Ich habe mich nämlich dieses Jahr intensiv mit der Geschichte von Adam und Eva auseinandergesetzt. Zwar nicht zum ersten Mal, sondern schon als ich ganz klein war, hat mich diese Geschichte irgendwie nie richtig losgelassen, weil sie etwas speziell ist. Und sie ist nicht gerade meine Lieblingsgeschichte, weil sie schlecht ausgegangen ist, wie ihr sicher alle wisst. Und zwar war das so, dass Gott das Paradies geschaffen hat aus dem Tod. Es war nur Tod, Finsternis und Gott hat Licht geschaffen und das Leben und Pflanzen und Tiere. Und das habe ich immer so schön gefunden, einfach wie Gott das alles gemacht hat. Und dann hat er sogar noch zwei Menschen geschaffen, die das Vorrecht hatten, in diesem Paradies zu leben. Ich habe die fast ein bisschen beneidet. Ja, eigentlich schon. Aber es gab eigentlich nur eine Voraussetzung, dass sie dort bleiben konnten. Und zwar, dass sie von einem bestimmten Baum nicht essen. Da dachte ich, ja, das ist ja kein Problem. Und dann kann es die Eva irgendwann trotzdem nicht lassen und geht mal dort zu diesem Baum hin und immer näher. Und dann kommt ja da die Schlange, die ihr sagt, ja, iss davon. Und sie ist da einfach. Ich dachte, nein, das kannst du ja nicht machen. Und dann habe ich so gesehen, wie seit diesem Zeitpunkt, wo sie diese Furcht genommen hat, wie sich alles abwärts entwickelt hat in der Geschichte. Und das hat mir irgendwie so wehgetan. Und ich habe so ein bisschen böse über die Eva gedacht, schon als ich ganz klein war, hätte sie doch das nicht gemacht. Jetzt hatte sie doch das Vorrecht, als erster Mensch zu leben und muss gleich alles vermasseln. Und dann habe ich so gedacht, ja, hätte doch Gott zuerst mich geschaffen, hätte ich sicher alles gar nicht so gemacht. Wäre alles ganz anders rausgekommen. Aber ich habe gemerkt, dass das nicht so der Weg ist. Und dann habe ich aber trotzdem, als die Geschichte dann weiterging, wurden sie aus dem Paradies vertrieben. Und dann gab es da so ein Bildchen, wie sie aus dem Paradies zuhaßen sind. Und man sieht so zurück aus dem Paradies, wie so zwei Engel stehen da mit ihrem feurigen Schwert und wie sie nicht mehr rein können. Da habe ich dieses Bild immer ganz genau studiert und angeschaut und gedacht, ja, jetzt könnten sie vielleicht einen Tag noch warten. Und dann beim rechten Busch da wieder reinschleichen, ganz unauffällig. Und dann einfach wieder weiter, dass alles wieder weitergeht, wie es war. Also, ich kann es einfach nicht so richtig wahrhaben, dass es einfach aus war mit dem Paradies. Eben, und ich war mir immer so im Gewissen, dass ich sicher, im Vergleich zu Eva, sicher gut abgeschnitten hätte. Aber das durfte ich dann beweisen. Und zwar in der Praxis. Und zwar in einem Beispiel, das jetzt eine kleinere Ausführung davon ist, wo Gott mir mal gezeigt hat, wo die Früchte in meinem Leben sind. Will ich vielleicht kurz ein Beispiel erzählen. Und da gibt es in unserer Schule, da haben wir so einen Computerraum mit Internetanschluss. Und da schauen sich die Jugendlichen so auch Porno-Videos an und laden sich schlechte Bilder runter und so. Und ich wusste das eigentlich und dachte, das ist jedem sein eigenes Problem. Das ist nicht meine Verantwortung überhaupt. Das geht mich nichts an. Ich mache es ja nicht. Und dann wollte ich einschlafen eines Abends und dann ging es einfach nicht. Und ich konnte nur noch daran denken, wie die sich kaputt machen damit. Und dann habe ich gespürt, wie es dran wäre, der ganzen Lehrerschaft einen Brief zu schreiben, dass ich das nicht in Ordnung finde. Und dann habe ich geschluckt, nee, nein, das kann ich jetzt nicht machen. Da reden auch alle Blöden um mich. Da wird eingetratscht. Ich kenne unsere Schule schon langsam. Und dann habe ich gemerkt, wie das Leben weg ist. Von dem eigentlich meine Eltern und Geschwister auch erzählt haben. Und ich bin so gelegen und irgendwann habe ich mit mir gekämpft und habe gemerkt, siehst du, da willst du die Frucht nehmen. Einfach nicht tun. Und dann habe ich gemerkt, gut, jetzt nehme ich die Frucht nicht, jetzt beweise ich es. Und habe dann so gesagt, ja, aber bitte anonym, wenigstens anonym. Und wollte dann wieder einschlafen und dann ging es halt wieder nicht. Und ich habe gemerkt, dass ich immer ausweichen will und mich drücken will und die Frucht nehmen will. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt mache ich das einfach. Dann habe ich dann den Brief ausführlich geschrieben, abgeschickt. Und der ist dann auch angekommen. Und die Lehrer haben dann extra eine Lehrerkonferenz einberufen und alles besprochen und neue Regelungen für die ganze Schule gemacht. Mit neuen Computerraumregeln. Und haben mich dann auch eingeladen für ein Gespräch, dass ich nochmals alles selber sage, dass man weiß, dass ich das geschrieben habe. Und das war auch super. Ich war so richtig froh. Ja, super, jetzt konnte ich das machen. Und ich habe gespürt, wie ich ein bisschen merkte, wie einfach Leben zurückkam. Und ein bisschen so Paradies habe ich gemeint, dort zu spüren. Aber dann habe ich halt, ist dann das Getratsche dann schon gekommen. Und eben, da war sicher ein Tag lang, waren alle nur noch so in Grüppchen, überall geflüstert. Und ich schaue da, will zu ihnen hingehen, auf einmal ist es still. Und dann wusste ich, was geschlagen hat. Und da habe ich so auch am Abend wieder gedacht, komm, jetzt gehe ich doch hin und sage, ja, es war alles gar nicht so gemeint. Also, ihr müsst es nicht so ernst nehmen. Die Lehrer haben das dann dramatisiert. Und ja, aber das Leben war wieder weg. Und ich merkte, wie ich wieder eigentlich die Frucht nehmen wollte. Aber als es dann praktisch hart auf hart ging, da kam ich so aus dem Schulgebäude raus, war gerade die Schule aus. Und dann steht so eine Gruppe Jugendlicher dort. Und einer kommt gleich auf mich los und schreibt mich fast dann, hey, bist du eigentlich übergeschnappt? Was machst du hier? Schau mal, alle sind stinkwütenhaftig, was soll das? Und schon wollte ich sagen, ja, weißt du, ich habe schon nicht ganz so gemeint. Und einfach ein bisschen zurücknehmen. Und da merkte ich, nein, jetzt muss ich mich dazu stellen. Bin ich dann auch, habe ich dann gesagt, doch, das finde ich ganz gut, dass ich das so gemacht habe. Und habe das einfach vor den Schülern so vertreten, noch schlimmer eigentlich, davor gewarnt. Vor dieser Gefahr. Ich habe gesagt, dass ich davor warnen muss. Weil, wenn ich eine Gefahr sehe, dann ist das nicht einfach, das ist dein Problem, dass du jetzt da abstürzt. Sondern ich muss warnen davor. Also, das hat mir ein langes Gespräch gegeben. Das war wirklich super. Und sie wurden ganz nachdenklich. Und ja. Und da habe ich wieder gespürt, wie das Paradies wieder ein bisschen, ein Stückchen zurückgekommen ist. Und es hat mir einfach totale Freude, total Freude gemacht. Und dann kam eben trotzdem, habe ich, kam einmal so ein Junge, hat mich so ein bisschen weggewinkt. So ganz leise geschaut. Jetzt habe ich einfach super gefunden, was du hier machst. Ich habe das auch schon lange so gesehen. Das finde ich echt spitze. Und dann ein anderer, auch so, wo es niemand gesehen hat. Gesagt, ja, das finde ich echt stark. Das ist mutig und so. Da habe ich gemerkt, eben, es gibt noch viele, die da. Ja, eben, es war für mich wie ein bisschen ein Lohn. Ich habe dann auch noch einen Brief bekommen, von einem Mädchen auch. Das nachgesagt hat, dass es sehr gefallen hat, was ich auch geredet habe. Obwohl, da außenrum tratschen eigentlich alle, aber im Herzen spüren sie es eigentlich trotzdem. Und das hat mich richtig getröstet und mir Mut gegeben. Eben auch in größeren Situationen, wenn mal größere Situationen kommen, auch diese Furcht nicht zu nehmen. Ich habe auch noch andere Erfahrungen gemacht, auch mit größeren Dingen, wo es mich noch mehr gekostet hat. Aber ich habe gespürt, es ist einfach immer der bessere Weg, wenn ich die Furcht nicht nehme. Und ich finde es total spannend, diese Früchte halt praktisch zu erkennen und nicht über die Eva zu tratschen. Ja, genau, dann habe ich auch noch in der Bibel gelesen, eine Stelle in der Offenbarung. Da steht, Offenbarung 2, wer überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. Und da habe ich wieder gemerkt, super, es ist wieder aufgegangen. Ich habe gemerkt, wie ich nicht durch diesen Busch dort wieder zurück mich reinschleichen muss, dass das nicht der Weg wäre, sondern dass ich auf diesem Weg überwinde, dass ich da wieder zurück ins Paradies finde. Dann denke ich, wollt ihr das Lied hören, oder? Der Mensch, er dachte, er sah unarm, er ist gar weiter und scharf. Der Mensch, er dachte, er sah unarm, er ist gar weiter und scharf. Tod beherrscht nun alles. Tod, 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 weit und weit nur Tod. Oh Paradies, oh Paradies, oh Paradies, was hat der Mensch mit dir gemacht? Oh Paradies, was hat der Mensch mit dir gemacht? War nicht Zielmenschenleben? War nicht Zielmenschen dasein? Das Leben zu mehren Das Leben zu mehren War nicht Zielmenschenlebens War nicht Zielmenschen dasein Das Leben zu mehren Das Leben zu mehren Ist nicht in meinem Innern So ein tiefes Verlangen nach Leben Wie komm ich, sagen wir mal Zurück zu diesem Leben Jesus, der allein hat den Tod besprochen Und ist ganz zum Leben durchgedrungen Sein Blut, seine Tränen Sind sie noch für uns Sein Blut, seine Tränen Sind sie noch für uns Er ist der Weg Zurück zum Paradies Er ist der Weg Zurück zum Paradies Er ist der Weg Zurück zum Paradies Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jesus kam vom Paradies Er gab es weiter und scharf Jesus kam vom Paradies Er gab es weiter und scharf Der Mensch hat ihn getötet Tod, Tod, Tod Einmal mehr der Tod Oh Jesus Oh Jesus Was hat der Mensch mit dir gemacht? Oh dummer Mensch Was hast du nur mit ihm gemacht? Doch der Weg steht jetzt offen Doch der Weg steht jetzt offen Zum Paradies Zum Paradies Jesus Du bist der Weg Zurück zum Paradies Du bist der Weg Zurück zum Paradies Du bist der Weg Du bist der Weg Zurück zum Paradies Als nächstes Als nächstes wollen wir Naimis Lied hören Ja Ja also in meinem Lied Da beschreibe ich eigentlich so Den Tagesablauf Und der beginnt bei mir Oder auch bei uns allen Morgen in der Früh bei der stillen Zeit Und da kommen meistens immer so Zum Beispiel Ablenkungen Oder so immer wieder Müdigkeiten Und so Und wenn ich denen Raum gebe Und zum Beispiel noch ein bisschen So ein Nickerchen mache Und noch ein bisschen schlafe Dann habe ich meistens Probleme im Tag Das heißt zum Beispiel bei Prüfungen Wenn eine schwere Aufgabe kommt Dann falle ich schnell in den Unglauben Und verliere dann Vision Und weiß nicht Und kann den Glauben irgendwie nicht mehr fassen Oder wenn die Mama irgendwie eine Anweisung gibt Dann habe ich manchmal auch Probleme Die einfach so umzusetzen Aber wenn ich morgens früh in der stillen Zeit Gleich aufstehe und mich nicht nochmal drehe Und noch ein bisschen weiter schlafe Und gleich an die stille Zeit geht Dann geht es mir im Tag viel besser Und da kann ich überall in jeder Unmöglichkeit Ihn drin sehen Und dort einfach durchgehen Im Glauben Und das ist eigentlich Ich schreibe in meinem Lied auch viel Über die Blumen und so Und da sehe ich auch Wie die Blumen oder Pflanzen allgemein Die muss man auch pflegen Dass sie überhaupt wachsen können So müssen wir auch unsere Beziehung pflegen Dass wir überhaupt näher zu ihm kommen können Und auch im Geistlichen wachsen können Und so würde ich es gerne singen Die Beziehung zu dir ist unbeschreiblich Sie ist schöner als die schönsten Blumen der Welt Schöner als das Edelweiß Sie ist schöner als alles auf dieser Welt Wenn der Wecker klingelt und ich aufstehe Pflege ich die Beziehung zu dir Ich bette zu dir und du hilfst mir Ich lerne von dir und du sprichst zu mir Die Beziehung zu dir ist unbeschreiblich Die Beziehung zu dir ist unbeschreiblich Schöner als das Edelweiß Sie ist schöner als alles auf dieser Welt Wenn ich Prüfung habe in der Schule Sitze ich auch da und merke ich kann es nicht Dann rechne ich mit dir und du hilfst mir Ich weiß, du bist hier, dafür danke ich dir Hab Dank, hab ich Vertrauen In allem auf dich schauen Hab Dank, hab ich Vertrauen In allem auf dich schauen Die Beziehung zu dir ist unbeschreiblich Sie ist schöner als die schönsten Blumen der Welt Schöner als das Edelweiß Sie ist schöner als alles auf dieser Welt Danke, Herr, du hast einmal mir geholfen Was ich auch tat in allem, was du mir treu Du hältst wohl dein Wort, du bleibst bei mir Ist Freisheit und klar, dafür danke ich dir Ich vertrau nur auf dich Du die Wahrheit, du das Lied Ich vertrau nur auf dich Du die Wahrheit, du das Lied Ich vertraue nur auf dich Du bist die Wahrheit, du bist die Wahrheit, du das Lied Ich vertraue nur auf dich Du bist die Wahrheit, du das Lied Ich vertraue nur auf dich Du bist die Wahrheit, du das Lied Also jetzt übergebe ich das Mikrofon der Sule mit Also mein Lied Also ich wollte eigentlich einmal ein Lied für Jesus schreiben Also es handelt sich darum, dass ich aus meiner Kraft überhaupt nichts kann Und ich bete einfach um die Hilfe von dem Herr Jesus Dass er in allen schwierigen Situationen, in denen ich nicht mehr weiter weiß In der Schule oder auch im Alltag oder auch so an diesen Einsätzen oder so Dass ich einfach mit seiner Kraft rechnen kann Und dass er mir in jeder Situation hilft Und ich kann auch überhaupt nichts aus meiner Kraft tun Wenn ich jetzt probiere, dann geht alles schief Jetzt gelingt mir überhaupt nichts Und deshalb bitte ich einfach den Herrn Jesus Dass er mir in jeder Situation hilft, wo ich nicht mehr weiter weiß Herr Jesus Ich brauche dich Ich brauche dich Sonst gelingt mir nichts Sonst gelingt mir nichts Ich kann nichts aus meiner Kraft tun Deshalb brauche ich dich Deshalb brauche ich dich Deshalb brauche ich dich Deshalb brauche ich dich Ohne dich, oh Herr Bin ich schwach Aber mit dir bin ich stark Ich brauche dich Dann komm mehr in mein Leben Dann komm mehr in mein Leben Herr Jesus Ich brauche dich Sonst gelingt mir nichts Sonst gelingt mir nichts Sonst gelingt mir nichts Sonst gelingt mir nichts Deshalb brauche ich dich Deshalb brauche ich dich Deshalb brauche ich dich Ich lieb dich Ich lieb dich Ich lieb dich Ich lieb dich Ich kann nichts aus meiner Kraft tun Deshalb brauch ich dich Ich bitte dich, Herr Jesus, sag, was du willst Ich bin doch dein Kind, komm, hilf mir denn still Aus mir allein, hilf mir denn still Ich bitte dich, Herr Jesus, sag, was du willst Ich bin doch dein Kind, komm, hilf mir denn still Aus mir allein, hilf mir denn still Jesus, ich brauche dich Sonst gelingt mir nichts Deshalb brauch ich dich Ich bin doch dein Kind Was wir bisher jetzt gehört haben Noch einmal gewissermassen wie einen Sack zusammenbinden Bevor ich mein letztes Lied singe Es ist ein ganz, ganz großer Unterschied Ob wir Christen sind oder Menschen sind Die auf Vernunft ausgerichtet sind Oder auf die Wirkungen Gottes Gott ist wirksame Gegenwart Seine Gegenwart ist wahrnehmbar Wir haben es uns als Christen angewöhnt Nach Theologie, nach Wissen, nach Urteils Befähigung in dem Sinn zu handeln und zu leben Uns aber liegt es am Herzen Ganz neu auf die Kraft Gottes Auf die Gegenwart Gottes Auf die Person Gottes abzustützen Habt ihr realisiert, dass wir ein kraftorientiertes Leben Leben zusammen? Ist das etwas anderes als kopforientiertes Leben? Der Herr sagt an einer Stelle Niemand kann zu mir kommen Es sei denn, der Vater zieht ihn Der Vater in den Himmel zieht ihn An anderer Stelle sagt er Viele möchten eigentlich eingehen In dieses ewige Leben In dieses göttliche Leben Mit allen Kräften versuchen sie einzugehen Aber sie vermögen es nicht Wir haben aus diesen Aussprüchen Allzu leicht so eine Art Schicksalstheologie gemacht So eine Inschallah-Theologie könnte man sagen Dass wir gewissermaßen auf Gott Die Verantwortung abschieben Und sagen, nun, den einen zieht er halt Den anderen zieht er halt nicht Aber so ist das nicht gemeint Denn wenn das Leben wirksam ist So sagt es Paulus Überall, weil das göttliche Leben An der Wirkung ist Wirkt es zweischneidig Sobald das Leben Gottes in unsere Mitte tritt Ist es den einen ein Geruch des Lebens zum Leben So nennt es Paulus in seinem Korintherbrief Den einen ist dieses Leben, das wirksam ist Dieses Leben Gottes Ein Geruch des Lebens zum Leben hin Die anderen, die dieses Leben hören Dasselbe mitkriegen, dasselbe berühren Die erleben dieselbe Wirkung Als Geruch des Todes zum Tod hin Das ist der große Unterschied Wenn wir mit Gottes Gegenwart in Berührung kommen Ist es von ganz grosser Entscheidung Wie unser Herz sich hier verhält Du kannst unter dem Leben Gottes Nur segensreich berührt werden Wenn du auf dieses Leben eingehst Theologie kannst du verwerfen Du kannst Gerüchte verwerfen Jesus sagt Ihr könnt Ihr habt gelästert Oder ihr könnt lästern über mich Über meine Person von mir aus Über meinen Namen Aber er sagt Ihr könnt gegen etwas Oder dürft ihr nicht lästern Das sind die Wirkungen Die Gott lebendig Leibhaftig Durch Jesus getan hat Das ist das Das Geheimnis des Lebens Gottes Gott möchte ziehen Gott möchte uns ewiges Leben geben Er möchte uns hineinnehmen In dieses Leben Aber er möchte Dass wir uns zu diesem Leben bekennen Wir Christen haben dieses Leben Weitgehend verloren Ich sage nicht Dass es überall weg ist Wie man mir unterstellt Da und dort Man behauptet Wir würden von uns sagen Dass wir die Allereinzigsten seien Die irgendetwas Von Leben Gottes besitzen Und so weiter Haben wir nie behauptet Aber es ist vielleicht Dünner gesät Sehr dünn gesät Dass Menschen Christen Umgehen können Bleiben können In ihm Bleiben können In diesem Leben Jesus sagt Bleibt in mir Dann werdet ihr viel Frucht bringen Es geht nur immer darum Zu bleiben Wenn du heute hier bist Und du hast gespürt Du hast ein theoretisches Leben Du hast nicht ein kraftorientiertes Leben Dein Glaube ist nicht gegründet Auf Gottes Gegenwart Auf Gottes Kraft Auf Gottes Frieden Auf Gottes Leben Dann möchte ich sagen Bekehre dich doch heute Zu diesem Leben Kehre um zu diesem Leben Auch wenn du von mir aus Jahrzehnte lang schon Christ bist Erkenne Wenn du nicht dein Leben Nach diesem Glauben Nach dieser Gegenwart Gottes Ausgerichtet hast War es kein Christenleben Nicht jedenfalls Im Sinne der Heiligen Schrift Nicht im Sinne Gottes Und seines Sohnes Noch etwas Was wir Christen uns angewöhnt haben Aufgrund unseres So oberflächlichen Wandels Oft Haben wir die Gegenwart Gottes Längst vertrieben Dämpft nicht den Heiligen Geist Sagen die Apostel Wir haben längst verspielt Wir haben die Gegenwart Gottes Verscherzt Könnte man auch sagen Richtig Fortgetrieben von uns Und weil wir dann so leer sind Haben wir Theologie anstelle Dieser Fülle Gottes gestellt Und dann haben wir die Lehre daraus Vor allem betont Dass wir heute sagen Weißt du Glaube ist kein Gefühl Man hat den Christen gelehrt Glaube sei eine völlig Gefühllose Sache Da haben wir aber Gewisse ganz wichtige Dinge Verwechselt Und heute stehen wir hier Um das ein Stück zu revidieren Natürlich sind wir uns einig Dass man im Glauben Die Dinge nicht Notwendigerweise sieht Man sieht sie nicht Mit den physischen Augen Mit den physischen Sinnen Darum ist es ja Glaube Aber zu behaupten Glaube unser Wandel in Christus Hätte nichts mit Empfindung zu tun Nichts mit Gefühl zu tun Ihr Lieben Das ist einer der dramatischsten Irrtümer Die die Christenheit je gelehrt worden ist Und ob Glaube etwas mit Wahrnehmung zu tun hat Ich möchte es mal bewusst nicht Gefühl nennen Dass wir nicht in ein Ich sage mal ein ungutes Vielleicht typisch charismatisches Extrem abgleiten Wo man irgendwann auf Wolke sieben schwebt Und von Gefühlen getragen wird Wir reden hier nicht von Geistlichem Schwarmgeist Nicht von Schwarmgeist Seelischem Schwarmgeist Besser gesagt Wir reden aber davon Dass alles was mit Christus zu tun hat Mit seinen Wirkungen in uns Wahrnehmbar ist Als Jesus diente Heißt es Und er Sah ihre Gedanken Zum Beispiel Hat er die aus der Schrift gelesen Oder hat er sie durch den Geist gesehen Er spürte an seinem Leib Heißt es Wie Kraft von ihm ausging Da steht er in der Menge von Hunderten von Menschen Und plötzlich sagt er Stopp Wer hat mich angerührt Die Apostel Alle Jünger sind ganz verwundert Sie sagen Was heisst es Wer hat dich angerührt Jeder Mann rührt dich an Und er sagt Nein Jemand hat mich angefasst Aber was ist jetzt los Jeder fasst dich an Er sagt Nein Jemand hat mich besonders angefasst Und dann kommt diese Frau Ans Licht Die zwölf Jahre Blutfluss hatte So steht es in der Heiligen Schrift geschrieben Und sie sagt Ich Herr habe dich angerührt Ich war zwölf Jahre Blutflüssig Und ich sagte mir Wenn ich ihn nur berühre Nur den Saum seines Kleides Dann werde ich geheilt werden Und dann sagt sie Und ich spürte im selben Moment Wie ich An meinem Leib Dass ich geheilt worden bin Sie hat gespürt Durch Glauben Schon vorher Sie hatte die Vollgewissheit Des Lebens in sich Wenn ich den Mann nur berühre Das war ein inneres Wahrnehmungsvermögen Das hat sie getrieben Und er spürte Wie Kraft von ihm ausging Seht ihr Und so gilt es Auch das göttliche Leben Zu erspüren Paulus sagt in der Apostelgeschichte An einer Stelle Dass der Vater im Himmel Die Menschen aus einem Blut gemacht hat Auf das sie tastend fühlen Nach Gott suchen sollen Tastend fühlen und finden Seht ihr Und Jesus hatte oft mit Menschen zu tun Wie wir es heute auch immer wieder haben Mit Menschen die Der Schrift nach Dem Wort nach Ganz genau waren Ganz genau Die Pharisäer und Schriftgeräten Konnen es ganz genau nehmen Den Buchstaben nach Und Jesus verurteilte sie dennoch Er sagte Ihr lest zwar die Schriften Wie wir es heute schon betont haben Und ihr nehmt alles genau Ihr verzendet Die Minze und den Anis Und den Kümmel Aber ihr habt die weit wesentlicheren Dinge Beiseite gelassen Und so funktioniert es auch in unserem Leben Wir haben ein kraftorientiertes Leben Und niemand kann mir sagen Dass er allein aufgrund der Schrift Sag ich mal Der Heiligen Schrift Zum Glauben gekommen ist Denn es gibt viele Schriften Es gibt viele Zeugnisse Aber der Unterschied zur Heiligen Schrift ist Dass du Wenn du die Heilige Schrift liest Selbst wenn du sie nicht verstehst Dass du eine Wahrnehmung in dir hast Nämlich die Kraft Gottes Die Kraft des Lebens Die dir sagt Bleibe hier Bleibe daran Ich habe die Bibel nicht verstanden Vor 26 Jahren Ich habe sie an die Wand geworfen Weil ich sie nicht in meinen Verstand einpacken konnte Ich habe sie zertreten mit meinen Füßen Ich wollte sie Ich wollte sie buchstäblich zerstören Vor Wut Weil ich sie nicht fassen konnte Und etwas in mir sagte Hier bist du richtig Hier stehst du auf rechtem Grund Dann habe ich sie wieder unter den Füßen weggenommen Und habe halt so lange zu Gott geschrien Bis sich das Geheimnis in meinem Innen öffnete Es zur Offenbarung wurde Und so spürte ich Das Leben ist das Licht der Menschen Es ist die Kraft Gottes Sie ist wahrnehmbar Und wir sollen wieder geistliches Wahrnehmungsvermögen entwickeln Dass wir über einem Schriftwort Egal was es ist Über eine Situation Über einen Menschen Nimm was du willst Dass wir wieder unterscheiden können Ist Gott drin Oder ist er nicht drin Heute kannst du der Christenheit Fast jeden Blödsinn angeben Und die glauben es Die Menschen glauben Jeden Ding Was gesagt wird Ich muss dir nebenbei erwähnen Über uns wird gesagt Wir würden unsere Kinder misshandeln Das steht in allen Zeitungen Kannst du das auch beglaubigen? Ja Wissen Sie was dich traurig macht? Dass man von dir nicht mehr Von der Kreuzpredigt hört 1989 hast du eine wunderbare Predigt gehalten Und zwar zum Leiden berufen Und da rufe ich dich heute auf Im Angesicht des Herrn Der die Augen gemacht hat Wenn du nicht zurückkehrst Zu diesem Wort Sondern in diesen Gefühlen Was du eben alles beschrieben hast Weiter fährst Wird der Herr dich laufen lassen Und du wirst nachher sein Wort nicht mehr hören Das sage ich dir heute im Namen Jesu Kehre zurück Zu der Predigt von 1989 Du bist schon vom Herrn abgewiesen Du musst zurück Zu dieser Kreuzesbotschaft Tust du es nicht Ivo Habe ich dir eben gesagt Im Namen des Herrn Er wird dich weiter so laufen lassen Und du wirst in die Irre gehen Siehe die Didache Die du vertrieben hast Im Ölbaum Und hast die gleiche Sätze Mit dem Wort des Herrn Wo viel Sagt du Unser tägliches Brot Gib uns für morgen Obwohl der Herr betet Für heute Und viele andere Punkte mehr Die du in der Didache vertrieben hast Und hast noch gesagt Und welche gewisse Menschen Werden hier das vorliegen verlassen Und ich lege es dir heute als Last vor Es ist nicht das Herrn Bord Was die Didache vertreibt Und wenn du nicht zurückkehrst Und ihr könnt die Kassette alle hören Zum Leiden berufen Von 1989 Von Ivo Sassig Das war seine Sternenstunde Und dann ist er abgewiesen Von seinem Wort Und jetzt macht er das Was er hier macht Ivo Kehr um Zu dieser Zeit Und der Herr wird wirklich Dir das was du schon erlebt hast Sie werden dir den Garaus machen Du kennst die Kassette selber Und ich bitte dich inständig Ich beschwöre dich Kehre dort zurück Du bist schon abgegangen davon Adieu Das Leben zeugt von der Wahrheit Das Leben zeugt von den Worten Das ist jetzt die Für mich ein Zeichen vom Himmel Weisst du Das waren jetzt Worte Hör die Predigt Empfehle es dir Es war wirklich meine Sternstunde Er hat recht Zum Leiden berufen Aber weisst du was Ich habe diese Predigt gepredigt Und gepredigt Zum Leiden berufen Und die Christen haben nur noch das Leiden gesehen Sie können das Leben nicht unterscheiden Es ist eine Predigt Die wirst du hören Sie ist voller Leben Voller Leben Gottes Heute kannst du es vielleicht hören Aber weil die Christen nur die Worte gewohnt sind zu hören Und das so einordnen Haben die meisten ein Problem damit Die einen wie dieser Mann Die das verstehen Was damit gemeint ist Die merken Das ist es Das Leiden bringt zum Ziel Paulus sagt Ich bin Ich trachte danach Mit ihm in die Todesgemeinschaft einzugehen Um noch mehr und noch mehr Von dem Leben aus Christus zu bekommen Weil du es im Stern bekommst Also die einen Die das schon offenbart haben Für die gibt es gar nichts Höheres Weil sie merken Aus dem Tod kommt das Leben Oh ich sage Diese Predigt Ich liebe sie Es ist meine Sternstundpredigt bis heute Preis sei Gott Aber die anderen Die hören nur Leiden Panik Wenn die hören von Leiden Dann hauen die ab Dann bist du ein gefährlicher Prediger Dann weichen sie dir aus Dann möchten sie lieber eine Pfingstpredigt hören Oder was weiß ich Was etwas herrliches Und ist dir aufgefallen Dass wir heute unablässig Eigentlich ein Leiden auch gepredigt haben Ist dir das aufgefallen Aber ich habe etwas gelernt Ich möchte Ich möchte Nicht bei 1989 stehen bleiben Wie der Bruder Heute ist 2003 Und ich habe lernen müssen Eine Frucht Wenn sie am Baum hängt Wenn sie ganz klein ist Ist sie sehr bitter Es ist die volle Frucht Es ist die Wahrheit Es ist der echte Kern Es ist alles Aber beiß nicht zu früh rein Achte Dass das Was dort gesagt wird Hör dir diese Predigt an Zum Leiden berufen Wer gesagt hat Und du wirst sehen Es ist die Die Kreuzes Predigt Das ist Mein Herz Weil ich merke An der kommen wir nicht vorbei Aber heute Bis heute Denke ich Habe ich etwas dazu gelernt Dass man das Kreuz Auch im Zusammenhang Predigen darf Christus ist nicht nur gekreuzigt Er ist auch begraben Und auch verstanden Und wiedergekommen Aber wenn du das Leben Gottes Nicht kennst Von dem wir heute gezeugt haben Das Leben Christi Um dessen Willen Du stirbst Dann scheint es Wie wenn du geboren wärst Um zu sterben Nicht dass du stirbst Um zu leben Dann verdreht sich das In deinem Kopf Ich wollte dir Wie es Jesus gemacht hat Ich wollte dir heute Das Leben zuerst geben So wie Gott mich Zum Glauben gebracht hat Ich habe zuerst Sein Leben berührt Das ist das Kapital Seine Gegenwart Seine Person selber Und wenn du das Geschmeckt hast heute Dann habe ich dir Und meine Familie Kannst du es bezeugen Mit jedem weiteren Schritt Das Kreuz gelehrt Was heisst nämlich das Kreuz Dass du alles Aus deinem Leben Beseitigst Und abschneiden lässt Was dir dieses Leben Rivalisieren Und wieder wegnehmen möchte Stimmt das? Also ich habe das Kreuz gepredigt Aber ich habe auch schon 1989 Und ich weiss nicht wann es war Gepredigt Was uns Christen fehlt Ist dass wir zusammen Jauchzen können Und das Kreuz dabei verkündigen Dass wir Leiden Und Herrlichkeit zusammenbringen Dass Gnade und Wahrheit Sich endlich küssen Dass die Pfingster Endlich mit den geschlossenen Brüdern zusammen Festfeier halten können Und weisst du was? Seit über 20 Jahren Machen wir das In jeder Versammlung Haben wir einige hundert Menschen Die sind aus allen Kirchen Denominationen Ich sage immer Es sei Gott Legitimiert dich dazu Und befiehlt es dir Daraus zu kommen Du bleibst zu uns Du hast die Aufgabe Zu leben Das Leben Gottes Das Leben Gottes zu verkündigen Es darzustellen Mit deinem Leib Nicht mit dem Mund Und dann Das Übrige Zu stärken Was da sterben will Wir lassen sie In den Kirchen Wo sie sind Zum Leidwesen Von auch solchen Menschen Die mich dann wieder anklagen Und sagen Du lehrst die Ökumen Und ich sage Nein, nein Das ist ein himmelweiter Unterschied Wir kommen mit all den Menschen zusammen Und haben nicht Einen einzigen Lehrstreit Weit über 20 Jahre Fast 25 Jahre sind es Haben wir nicht Einen einzigen Lehrstreit Zu verzeichnen Unter diesen Menschen Die das Leben Gottes berührt haben Warum? Weil sich dort Jede Frage erübrigt Wenn du das Leben Die Gegenwart Gottes hast Und sie wirklich Erkannt hast Ich sage dir Wir sitzen mit hunderten von Menschen da Und beobachten Was diese Gegenwart Gottes In unserer Mitte tut Wie er Sünder aufdeckt Zur Busse bringt Wie er Menschen Wiederherstellt Auf jede erdenkliche Weise Wir lernen gemeinsam In diesem Seinem Geist In seiner Gegenwart Zu wandeln Als Organismus Wenn du das mal Berührt hast Du hast keinen Raum mehr Für gesetzliche Streitigkeiten Weil du merkst Es geht gar nicht darum Es geht in allem nur darum Ihn besser zu erkennen Seine Gegenwart In unserer Mitte Einlass zu gewähren Und das machen wir dann miteinander Egal woher wir kommen Wir sind auf seine Gegenwart Auf seine Kraft Auf seinen Frieden Wie der Herr es sagt Auf seine Gerichtsgewalt Auch ausgerichtet Und attestieren Nur miteinander Was Gott tut Und das Bringt uns dahin Dass Epheser 4 Sich erfüllt Wir sollen zu einem Vollkommenen Mann In Christus werden Mündig in Christus Ein Glaube Eine Erkenntnis Einerlei Berufung Einerlei Hoffnung Und Erwartung Das ist unser Dienst Und zu dem Möchten wir einladen Jetzt möchte ich aber Zum Schluss kommen Und ich möchte das Noch einmal zusammen Binden Dieses Leben Von dem Erzeugen Es ist das Was der Christenheit Entgangen ist Anstelle dieses Lebens Ist der Buchstabe getreten Die Religion Könntest du sagen Einfach die christliche Neutestamentliche Religion Hast du dieses göttliche Leben Heute gespürt Dann möchte ich deine Hand sehen Hast du es gespürt Dass es nicht einfach Menschenwerk ist Wenn du dieses Leben willst Du kannst es nur Auf einem Weg In Besitz nehmen Weißt du wie? Du musst es so machen Wie die blutflüssige Frau Von der ich Vorher erzählt habe Die Geheimnisse Gottes Werden ergriffen Jesus sagt Bis zum Tag Bis zur Stunde Johannes des Täufers Ist es anders gelaufen Als nachher Er sagt Von Johannes dem Täufer an Wird das Evangelium Wird das Reich Gottes Mit Gewalt An sich Wird das mit Gewalt An sich gerissen Wir müssen eindringen In dieses Leben Du musst es an dich reißen Du musst darauf bestehen Das ist mein Leben So wie ich es gemacht habe In seiner Zeit Als ich es zum ersten Mal Berühren durfte Wo es mich ergriffen hat Paulus sagt Ich vergesse alles Was dahinten ist Und strecke mich aus Nach dem Was vor mir ist Nach der himmlischen Berufung In Christus Er möchte immer noch Mehr und mehr Von diesem Christus gewinnen Er möchte Dass Christus In ihm In seinem Fleischgestalt gewinnt Und hat nur ein Ziel Dass alle übrigen Menschen Auch dahin kommen Dass Christus In ihnen Gestalt gewinnen kann Wie empfängst du Dieses Leben Es geht nur Durch eine Berührung Wie heute Der Herr sagt Wenn der Vater Dich nicht zieht Wenn du heute spürst Dass der Vater Dich gezogen hat Weil das Leben Da war Weil das Leben Dich berührt hat Weil du Heimweh bekommst Und merkst Das möchte ich auch Dann fasse sie jetzt Im Glauben Wie diese blutflüssige Frau Erkenne dein Leben Ist dir davon gelaufen Wie bei ihr Du hast alles aufgewandt Um dieses Leben Zurück zu gewinnen Dieses Blut Fließen aufzuhören Du konntest es nicht hinkriegen Aber ich sage dir Das ist das Angeld Wenn das Leben da ist Zeugt das Leben Selber dieses Leben In dir Du brauchst es nur Zu fassen Zu sagen Ich bekenne mich Zu diesem Leben Auch wenn du Jahrzehnte lang Christ warst Du stehst auf heute Und sagst Und zu diesem Leben Bekenne ich mich offen Und dann wird Gott Sich zu mir bekennen Und dann hast du Keine andere Aufgabe mehr Als was du den ganzen Tag Jetzt gehört hast Du sollst dieses Leben Beobachten Du sollst es Bewaffnet Gewissermassen In deinem Herzen Verteidigen Du sollst es nie Wieder von dir lassen Und alles was es rivalisiert Da gehst du ins Kreuz ein Das ist die Botschaft Von 1989 Da opferst du Alles dagegen Du verlierst alles Erachtest alles als Kot Um in diesem göttlichen Leben Zu bleiben Aber siehe Du kannst dieses Leben Nicht durch theologisches Wissen empfangen Wenn du heute hier saßst Und hast nur Anstoß genommen Wie dieser Bruder Er kann es heute nicht nehmen Weil das Leben Hat ihn nicht Mit dem Geruch des Lebens erfüllt Sondern mit dem Geruch Des Todes zum Tode Weil er es nicht hören konnte Du kannst nur das Leben nehmen Wenn du jetzt ergriffen bist davon Wenn du spürst Das ist es Ich möchte darum jetzt Mein letztes Lied singen Und in diesem Lied Möchte ich dich herausrufen Aus dem Tod In dem du vielleicht steckst Aus dem religiösen Leben In dem du steckst Um in ihn selber hinein zu kommen Ich habe gebetet Viel gebetet Bevor ich auch dieses Lied Geschrieben und gesungen habe Ich habe gebetet Dass du während ich das Lied singe Dass du freigelöst wirst Dass die Ketten Die dich jetzt binden Abfallen Wenn du denkst Wer sitzt rechts oder links Hin oder vorne von mir Was denken die Oder was denkt der Egal Wir schneiden diese Ketten durch Wir schämen uns Des Evangeliums nicht Wir stehen auf Wenn du sagst Dieses Leben ist mein Leben Dazu entscheide ich mich Stehst du heute auf Wenn du es verloren hast Und es wieder erbeuten willst Du stehst auf Und machst es wie David Und Lois Du bekennst dich vor allen dazu Und ich möchte nachher beten Dass Gott dir Gnade gibt Dich versiegelt mit diesem Leben Wie er mich versiegelt hat Dass du es nie wieder los wirst Halleluja Also ich singe dieses Lied Und ich bitte jeden aufzustehen Der dieses Leben empfangen möchte Der es greifen möchte Und du greifst es durch Glauben Und wirst es durch Glauben empfangen Berühre ihn wie die Blutflüssige Nicht wie die Volksmenge Wer liebt uns mehr als Jesus Wer liebt uns so wie er Für uns gab er sein Leben Am Kreuz gab er es her Dann ist er auferstanden Für uns am dritten Tag Der Teufel ist zu schaden Weil Jesus uns so mag Du Mensch steh auf aus deinem Tod Du bist doch viel zu kostbar Um dort im Staub zu sein Sieh Gott hat dich geschaffen Und dir zu aller Zeit Und dir zu aller Zeit Sich selbst zu offenbaren In seiner Herrlichkeit In seiner Herrlichkeit Wie groß die Sünde Schau nicht wie klein die Kraft Schau nicht wie klein die Kraft Du bist doch viel zu kostbar Du bist doch viel zu kostbar Schau nicht wie máxim Durch Glauben kommt Erlösung, wer glaubt, den hat Gott lieb. Durch Glauben kommt Verwandlung, durch Glauben kommt der Sieg. Du Mensch, steh auf aus deinem Tod, du bist doch viel zu kostbar, um dort im Stau zu sein. Sieh, Gott hat dich geschaffen, um durch dich alle Zeit sich selbst zu offenbaren in seiner Herrlichkeit. Jesus, Gott hat dich geschaffen, um durch dich alle Zeit sich selbst zu offenbaren in seiner Herrlichkeit. Ich rede nur noch einen ganz kurzen Moment zu diesen Menschen unter uns, die hier diesen inneren Kampf spüren. Ich sage dir eins, dein Herz ist das Licht des Lebens. Wenn du hier in diesem Saal sitzt und du spürst, dass dein Herz dich lehrt, dass es richtig ist und dein Körper gehorcht dir nicht, dann erkenne ich, dass du unter falscher Knechtschaft stehst. Das heisst, dem Gesetz des Geistes des Lebens zu gehorchen, wenn du dem Herz gehorchst. Denn das ist das Zeugnis Gottes, das ist durchschlägt durch alle, wieder alle Vernunft, wieder alles, was dich hindern könnte, wieder alle höllischen Mächte. Dieses Reich des Lebens dringt durch, sagt der Herr, wie ein Sauerteig, das alles durchdringt. Lass dich durchdringen davon. Verpasse nicht diese Stunden, wo Gott diese Dinge tut, die du vielleicht nie wieder sehen wirst. Wie war die Frau glücklich, wie war sie selig, dass sie diesen Schritt gewagt hat, sie hat es als Glauben genommen. Wenn noch jemand jetzt hier ist, der genau spürt, mein Herz sagt mir, es ist die Wahrheit, ich will es. Und dein Verstand oder dein Gefühl, irgendwas spricht dagegen. Dann sage ich dir, geh auf das Gefühl, auf die Empfindung, die dich tief im Herzen drin lehrt. Es ist kein Gefühl, es ist die Empfindung der Wahrheit, dass es für dich ist und dass du es bekommst, wenn du glaubst und dich jetzt dazu bekennst. Ich möchte jetzt beten für alle, die jetzt aufstehen und aufgestanden sind. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Torheit der Predigt, die du gegeben hast, dass du dein Leben denen schenkst, die kindlich, einfach mit einem kindlichen Gemüt, mit einem kindlichen Glauben sich beschenken lassen. Danke für all diese Menschen, die das jetzt greifen, die hier stehen, um damit zu bezeugen, ich will dieses Leben, ich will dieses göttliche Leben. Und Vater im Himmel, wir wissen es, Herr Jesus, wir wissen es, dass wir Menschen dieses Leben niemals aus uns bewahren können. Ich bitte aber, wie du selber schon den Vater gebetet hast, versiegel diese Menschen mit diesem Leben, diese Herrlichkeit, die du uns gegeben hast, die versiegel in uns, dass sie uns nie wieder loslässt. Ich bitte, dass du dasselbe tust, was du in meinem Leben getan hast, dass diese Berührung an diesem heutigen Tag zu einem unvergesslichen Tag wird, zu einer neuen Zeitrechnung wird für diese Menschen, die hier stehen. Mal kommen, was will, ich rufe aus, dieses Leben siegt in deinem Leben und wenn du am untersten Punkt bist, ich gebiete in Jesu Namen, dieses Leben siegt in dir. Du wirst es nie wieder vergessen, sei versiegelt in diesem Leben, sei begnadigt, dass die Kraft des Heiligen Geistes, wo immer du bist, was immer du tust, dich zu diesem Leben zurückführt, bis du kapitulieren kannst mit allem, was praktisch dagegen spricht. Keine Hölle, kein Tod und kein Teufel, raube dir jemals dieses Leben wieder. Sei gesegnet und bleibe gesegnet mit diesem Geheimnis des Lebens Gottes in Christus selbst, in Jesu Namen. Amen. Vielleicht könnt ihr kurz stehen bleiben, wir möchten all denen, die uns noch nicht so kennen, mal eine Schrift geben, da kannst du in Ruhe mehr über dieses Leben nachlesen. Wir möchten das als kleines Geschenk an euch abgeben, steht doch alle nochmal auf, die ihr gestanden seid, dass ihr das bekommt. Auch wenn ihr es schon habt, ihr dürft es auch so weiterschenken. Wir möchten einfach eines jetzt zum Schluss noch betonen. Wir sind nicht hier, um eine Mitgliedschaft zu werben, um irgendwas für uns zu nehmen. Das hast du hoffentlich gemerkt. Wir sind hier, um zu geben. Wir können nur glücklich sein, wenn wir Gebende sind, nicht wenn wir Nehmende sind. Mich macht es nur glücklich, wenn ich sehe, dass du etwas bekommst. Das ist das Leben Gottes in uns, das so lehrt und so lehrt. Aber wir möchten dir ein Angebot machen, wenn du dieses Leben, von dem du heute ergriffen bist, das du heute gepackt hast, das du ergriffen hast, wenn du dieses Leben nicht selber verwalten kannst, wenn du selber nicht mehr zurechtkommst und nicht spürst, dass dieses Leben ständig wie ein Strom anschwillt in dir, da möchten wir dir sagen, dass wir dabei sind, all denen unentgeltlich zu helfen, dass sie das lernen können. Wir gehen mit Hunderten von Menschen zusammen diesen Weg des Lebens, dass wir das lernen, wie man in diesem Geheimnis des Christus drin wandelt, auch gemeinschaftlich. Also wenn du allein nicht zurechtkommst, du bist jederzeit herzlich willkommen, komme zu Besuchertagen oder wie auch immer, melde dich, dass wir dir unterstützend beistehen können, dass du dieses Leben bewahren und mit uns zusammen wachsen kannst in diesem Leben. Das wäre unser Herzenswunsch. Ich sage es nochmal, es geht hier nicht um uns, es geht nicht um die OZEG oder sowas, es geht darum, dass wir Menschen zu diesem Leben zurückkehren, das uns eigentlich zugute ist. Nun danke ich ganz herzlich für eure lange Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass wir uns am Abend wiedersehen. 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 Wir sehen 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 uns am Abend wiedersehen.